Was ist das große Bild auf dieser Welt? Was ist das Big Picture, wo geht es hin, denn das ist die Frage aller Fragen, seit es uns Menschen gibt. Wo steht das System heute und was hat es tatsächlich vor? Können wir das tatsächlich erfahren? Ja. Können wir tatsächlich erfahren, wohin mit uns alle? Ja. Wenn man es sehen kann und möchte. Denn die meisten sehen nur das, was sie wollen oder können und nicht das, was sie sollten. Was wollen wir denn sehen? Was sollten wir sehen oder was sehen wir überhaupt? Was willst du denn sehen? Was du willst? Du willst sehen, was du willst? So kann man aber das große Bild nicht sehen, nicht erkennen. Weil du dann es so siehst, wie du es sehen möchtest. Von deiner Perspektive. Was ist die richtige Perspektive? Meine? Deine? Dazu später mehr. Heute, speziell seit Corona, wissen wir, dass sehr viel gelogen wird auf dieser Welt. Und das nicht seit Corona erst. Es wäre sehr gut, wenn du die wichtigsten Themen nochmal durchgehst. Denn heute sehen sie alle Themen anders aus. Alle Themen. Wir geben heute ein ganz anderes Bild. Gibt es etwas, eine Art Neuwissen, die jetzt in diesem Chaos rauskommt? Ja. Von System auch. Ja. Denn heute kommt immer mehr ans Licht. Das Chaos. Aber auch immer mehr Wahrheit sozusagen. Und wichtig, auch die größten Lügen. Und vor allem, wo es hingeht mit uns. Stell dir vor, du hast ein Puzzle. Ein Puzzle-Spiel. Und dir fehlen aber einige Puzzle-Puzzle-Stücke. Und so kannst du das Spiel nicht spielen, um am Ende das klare Bild sehen zu können. Hier bekommst du die neuesten Themen auf den neuesten Stand sozusagen und vieles mehr. Und dazu gehören auch Themen sogar wie Wirtschaft, Politik, System, politisches System, über Religion und Glaube, und über das Ziel des Menschheit. Themen von A bis Z. Und nein, ich bin nicht religiös. Aufgrund der Antwort auf die Frage zu erkennen, was das Leben dir stellt. Jetzt kommt ein schönen Zitat. Noch niemals sah ich einen Menschen, der wirklich die Wahrheit sucht. Jeder, der sich auf den Weg gemacht hatte, fand früher oder später, was ihm Wohlbefinden gewährte, und dann gab er die weitere Suche auf. Mark Twain Nochmal, speziell seit Corona wissen wir, dass sehr viel gelogen wird. Am besten nochmal alle Themen zumindest im Grob nochmal anschauen. Manchmal reichen schon die Titel von einem Video oder einem Beitrag. Die sagen schon heute alles. Viele denken, ja, ich habe oder ich hoffe, dass ich eine Seele habe und dann passt das schon irgendwie. Dann kann egal was kommen, ein Mist in diese Leben. Denn ab dem Tod geht es sowieso weiter, aber die Gewissheit haben sie nicht. Und genau diejenigen glauben, dass sie das große Bild erkannt haben. Aber das große Bild fällt, kein Interesse von Politik, weil ja eh alles immer dasselbe ist. Der Untergang der menschlichen Zivilisation in den kommenden Jahrzehnten sei nahezu gewiss, sagt der Biologe Paul Ehrlich von Stanford University. Ist das wahr, nahezu gewiss, wegen Klimawandern oder was anderes oder alles Lüge, das werden wir noch sehen in diesem Video. Jetzt kommen verschiedene Themen und ich werde komplex, aber nicht kompliziert. Wenn du zum ersten Mal dir das anschaust, komplizierte Sachen, das ist nie das Richtige. Quantenphysik musst du nicht verstehen, die Wissenschaftler verstehen es selbst nicht. Das System sagt, schau nicht hin. Es ist kompliziert, wirst du nie verstehen. Stimmt das? Nein. Und du musst auch nichts verstehen. Und ich werde auch nicht kompliziert, wie gesagt. Erwarte hier kein spirituelles Blablabla oder Systemblablabla. Versuche dir diese Themen von anderen Blickwinkeln anzuschauen, ohne es viel zu bewerten, bis zumindest du alles gesehen hast. Was du in diesem Video bekommst, ist das runde und vollständige, große Bild sozusagen. Von kleinere Puzzle-Bilder, die du vielleicht noch nicht hast, bis zu das große Bild, auch die größten Themen. Jetzt kommt das Thema, die größten Lügen. Und die größten Lügen sind zum Beispiel, dass wir kein Plan hätten. Auch kein Ziel als Menschheit. Und das letzte ist, dass wir als Menschen Ahnung von Lieben, von Liebe hätten. Und etwas in uns hat Ahnung, aber es ist noch sehr tief versteckt. Dazu später mehr. Was ist das System? Besonders seit Corona fragen sich die meisten, wohin mit uns und die Wirtschaft? Denn sie geht den Bach runter. Die ganze Zeit. 2016 immer mehr. Noch mehr ab 2020. Und extrem seit einem Jahr. Wir sehen es doch an jedem Eck, wo es mit der Wirtschaft weltweit hingeht. Und das sieht so aus, als ob das Absicht vom System wäre. Ist es Absicht? Und wenn es Absicht ist, warum? Später mehr. Krieg, Russland, Merkel, Macron, Scholz, Trump, Putin. Sie sind alle bestens befreundet. Am besten sollte man immer weniger an so einen Show glauben. Was auf allen Ebenen stattfindet. Das System ist auch die Wissenschaft. Wissenschaft heute sagt im Prinzip, wir wissen nichts. Ist doch alles anders. Das sagt die Wissenschaft heute. Wir wissen nichts. Und wir werden uns später ein paar Beispiele anschauen. Weltwirtschaftsforum. Ab 2030 werden wir glücklich sein, ohne Besitz. Das sagen sie. Sie sagen auch nicht, vielleicht, oder mal schauen. Nein. Sie sagen, es wird so sein. Aber was meinen die damit? Ich zitiere. Die Forderer des Great Reset versprechen eine Welt ohne Krankheiten. Aufgrund biotechnologisch hergestellter Organen und individualisierter genetischer Behandlungen soll eine drastisch erhöhte Lebenserwartung und sogar Unsterblichkeit möglich sein. Künstliche Intelligenz wird den Tod ausrotten und Krankheit und Stäblichkeit beseitigen. Unter biotechnologischen Unternehmen geht es darum, den Schlüssel zum ewigen Leben zu finden, neben dem Versprechen, jeden gewöhnlichen Menschen in einen gottähnlichen Übermenschen zu verwandeln. Und weiter noch kleines dazu. Ein universelles Grundeinkommen. Okay. Wir analysieren das ein wenig. Also schon mal das letzte. Ein universelles Grundeinkommen. Äh, universell. Also, künstliche Intelligenz wird den Tod ausrotten. Auf anderer Seite sind sie noch auf der Suche nach den Schlüssel zum ewigen Leben. Etwas widersprüchlich, aber okay. Man sollte nicht erwarten, dass sie den Menschen die ganze Wahrheit unter die Nase reiben. Das heißt, sie können auch nicht sagen, hey, wir haben den Schlüssel schon gefunden und ist nicht die künstliche Intelligenz. Es ist was anderes. Nur, das wirst du sowieso nicht glauben und nichts über den angeblichen Gott in ihre Infos. Denn das haben sie immer. Dass sie immer den angeblichen Gott mit der Ewigkeit verknüpft haben. Also, sie reden von einer Ewigkeit ohne Religion, ohne Gott. Allein das ist mal eine krasse Aussage. Man kann sehr vieles zwischen den Zeilen lesen. Ja, kein Besitz und glücklich bis 2030. Was meinen sie denn damit? Und ihr wisst, die sind schneller im Ahlen, als sie so tun. Und noch mal, sie können nicht sagen, wir haben die Schlüssel schon gefunden. Das System arbeitet schon lange mit Energie, auch privat. Wir würden das als Spiritualität bezeichnen, aber sie nicht. Sie arbeiten mit der tiefsten, weitesten Energie, die in dieser Illusion überhaupt möglich ist. In ihrem geheimen Laboren und Wissenschaft. Das System ist mehr als spirituell. Eine NATO-Bewegung heißt gerade Elliot Spirit. Bedeutet verbundener Geist. Warum? System, Medien, sie sind seit Jahren, Jahren, total extrem. Es gibt Worte, die früher nicht da waren. Und schon gar nicht so, dass sie sogar forciert werden. Eigene Dämonen bekämpfen. Präsenz. Raus aus der Komfortzone. Naja, scheinbare Komfortzone, musste es heißen. Weiter geht's. Für mehr Offenheit. Lass los. Man sollte immer reflektieren. Glaubt ihr, das ist ein Zufall? Weil hier bleibt es nicht nur beim Wörter. Die Frage ist, warum tut das System das? Denn genau diejenigen, die sowas in den Mund nehmen, wären gefilmt, gezeigt in den Medien. Das ist nicht zu übersehen. Das Wort göttlich war vor 2016, frühestens 2016, nicht in den Medien unterwegs. Seit Jahren auf einmal extrem. Und auch das Wort wird genauso ausgelöst auf einmal, wie das Wort Liebe, seit Jahrtausende. Bei der heutigen Informations- und Ereignisdichte schaffen es die meisten Menschen kaum noch hinterher zu kommen, um die vielen Informationen und Desinformationen zu verarbeiten. Und werden von diesem Flut regelrecht erschlagen. Was ist also das System? Das System ist alles, was du siehst. Die ganze Realität ist ein System. Alles hat System. Es sind Systeme, in Systeme, in Systeme. Später mehr darüber. Wir als Menschen lügen alle und sagen auch die Wahrheit, beides, sowohl als auch. Und das macht das politische System auch. Und in jeder Wahrheit steckt eine Funke Lüge. Und in jeder Lüge steckt eine Funke Wahrheit. Ist das System der Spiegel unserer kollektiven Psyche? Ja, aber nicht nur das politische System, sondern alles, was du siehst. Thema Deutschland Und vor langer Zeit her hat das System fast alles an Wissen auf andere Länder verlegt. Mit immer weniger Wahrheit dabei. Deshalb heißt es von anderen Menschen, in anderen Ländern kann man mehr sehen und verstehen. In Indien zum Beispiel. Nirgends auf der Welt wird das Chaos so sichtbar und so gedeutet wie in Deutschland. Aber warum? Deutschland Bedeutung kannst du später in meinem Video erkennen. Wer denkt, dass in Deutschland immer schlimmer wird? Will oder kann nicht sehen, wie es überhaupt auf der Welt tatsächlich aussieht? Immer Plan Gibt es ein Plan? Gibt es einen geheimen Plan? Was gibt es, was dir zumindest teils noch einfach zeigen kann, dass diese Realität und das bekannte Leben hier auch mit einem Plan zu tun hat? Ja, zum Beispiel der Bauplan des Lebens, also Plan und das heißt nicht zufällig so. DNA Wir sind beim Thema Plan. DNA Früher hat man ja das meiste DNA in uns als Junk-DNA bezeichnet. So ungefähr, es ist Müll nicht wichtig, weil Junk bedeutet Müll, ist nicht wichtig, schau nicht hin, es ist kompliziert. Stimmt das und ist tatsächlich kompliziert? Nein, das ist dem Willen nur, dass wir das denken. Heute wird diesem Teil der DNA kodierende oder nicht kodierende DNA bezeichnet. 98% besteht aus nicht kodierender DNA und 2% kodierende. Mhm. Warum können wir 98% nicht wissen, was das ist? Kodieren? Dazu später mehr. Aber mit anderen Worten nochmal kurz, das bedeutet im Prinzip oder mit anderen Worten, dass wir 2% sind das, was wir von uns kennen. Und 98% wissen wir nicht, was wir sind. TRUST THE PLAN Wer kennt diesen Spruch? TRUST THE PLAN QAnon Eine, ja, Verschwörungstheorie Gruppe heißt es. Und ihr Spruch ist TRUST THE PLAN Es war mal. Und diese Verschwörungstheorie Gruppe? Ja, sie glaubten an eine Art Geheimregierung, gegen die Präsident Trump kämpft. Trump arbeitet nie gegen Regierung. Nur scheinbar. Es ist ein Show, der gebraucht wird. Das Alphabet fängt mit Plan A an und endet mit Ziel. Der Plan hat ein Ziel. Thema Chaos Aus Chaos entsteht Ordnung. Das ist ein bekannter Spruch. Nohus Ordo Seclorum Übersetzt heißt es eine neue Ordnung der Zeitalter. Und daraus haben wir in die Spiritualität und Querdenker Kreise eine angebliche neue Welt Ordnung, wo wir versklavt werden. Aber stimmt das? Auf anderer Seite von Dollar Note befindet sich seit ca. 1930 eine Pyramide mit dem Auge der Vorsehung. Daraus haben wir gemacht. Die wollen uns alle unter Kontrolle bringen. Big Brother is watching you. Deshalb die Kameras immer mehr und überall. Sie können uns überall verfolgen und kontrollieren. Big Brother is watching you hat auch mit George Orwells Roman von 1984 zu tun. Aber stimmt das alles? Es muss auch keiner verstehen, welche Art von Chaos es ist und wie tief es geht. leichter ist zu erkennen und das geht, wenn man die Augen aufmacht, sich beobachtet, sieht, beobachtet, ohne viel zu bewerten. Weil dann hat man keine Zeit mehr zu erkennen, wenn man ständig am Bewerten ist. Glaube und Wissen Angst ernährt das Glaube und Offenheit lässt das neue Wissen frei. Was sind Fakten, wenn wir sowas haben wie Evolutionstheorie, Relativitätstheorie? Ist das jetzt Glaube oder Wissen? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist der bedeutendste Spruch von Platon. Was wollte er und will er uns damit sagen? Zum Beispiel vielleicht, dass es besser wäre, sich zu sagen und nichts zu wissen? Weil nur dann, wenn man aufhört zu glauben und sich auch gleichzeitig für die richtigen Informationen öffnet? immer Gott oder den angeblichen Gott besser gesagt. Xavier Naidoo als Beispiel seine Lieder, die Widersprüche. Auf anderer Seite heißt es Gott, auf anderer Seite heißt es sie ist nicht von dieser Welt. Sie ist das, die mich rettet. Warum hat er sich zurückgezogen aus den Medien? Vielleicht weil er meine Videos gesehen hat? Immer weniger auch an angeblichen Gott glaubt? Ich zitiere, immer weniger Menschen hängen an der Kirche und die Religiosität nimmt ab. Das sind die zentralen Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Es gibt nur wenige Lichtblicke für die Kirchen. Religiosität spielt in unserer Gesellschaft immer eine kleinere Rolle, Zitat Ende. Eine Rolle, als ob das ein Film wäre. Oder ist es ein Film, solange man nicht bei diesem angeblichen Gott ist? Die Kirchen in den USA hat Donald Trump in seiner Zeit als US-Präsident gespaltet. Sein eigenes Verhältnis zu Religion und Glaube bleibt dagegen gewissermaßen wie eine Blackbox. Okay. Also, Trump ist nicht religiös. Es ist alles schon. Sie sind ja alle nicht religiös. Sie tun nur so. Das schon muss gehen bis zum Ziel. Viele Christen verpennen die Endzeit. Das habe ich zufällig gelesen. Eine Titel-Video. Ja, und auch die Gläubigen sehen ein apokalyptisches Ende. Ein Zitat. Religion ist für den Dummen wahr, für den Weißen falsch und für den Mächtigen nützlich. Stephen Hawking. Gott ist der Name, den Menschen dem geben, was sie nicht verstehen. Nochmal, Stephen Hawking. Es gibt keinen Gott. Niemand steuert das Universum. Ich bevorzuge es daran zu glauben, dass alles auf eine andere Art erklärt werden kann. Durch die Gesetze der Natur. Niemand steuert das Universum. Das werden wir noch sehen. Weil es das Wort göttlich gibt, muss ein Gott existieren für die meisten. Und wer sagt nicht, oh mein Gott. Obwohl sie nicht gläubig sind oder an diese Wort glauben. Aber sie nehmen es ständig in den Mund. Ich habe das über ein Jahr lang gebraucht, um das zu entfernen. Warum sagen das die meisten? Glauben ist nicht Wissen. Und was ist Gewissheit? Und göttlich ist nicht Gott, sondern göttlich ist göttlich. Liebe ist Liebe. Wenn wir denken, göttlich muss mit angeblichem Gott tun haben, sorgt nicht für Klarheit. Wenn ich sage, Liebe ist Liebe, dann sagt ein Gläubiger, Gott ist Liebe. Und so muss man sich nicht mehr die Frage stellen, was Liebe wirklich ist. Lol. Es reicht schon, wenn Gott das weiß. Bibel. Es ist wirklich der letzte Feind, der beseitigt werden wird. Paulus erinnert uns an etwas Wichtiges. Der Tod ist ein Feind. Was meinen Sie damit? Tod beenden? Wie kommen sie denn da drauf? Und ist das möglich? Und haben die Gläubigen das vergessen? Oder denken sie beim Gott zu landen? Ist das Wichtigste? Ohne den Tod zu beenden, obwohl es im Bibel steht? Ein ähnlicher Satz. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Auch im Bibel steckt etwas. Versteckte Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist überall versteckt, fragmentiert. Thema Wissenschaft heute. Und ja, du musst nichts über schwarze Löcher verstehen. Es geht hier um etwas anderes. Über die Medien früher und heute. Früher haben sie gedacht, gewusst, wie auch immer, zu haben, was es ist, ein schwarzes Loch. Ob Lesch oder Fernsehen oder sonst wo. Heute heißt es, es ist alles anders, als wir dachten. Das tun sie in fast alle Bereiche. Wir wissen es nicht. Warum tun sie das auf einmal? Jahrzehnten haben wir immer dasselbe über schwarze Löcher im Fernsehen gesehen. Die waren immer böse. Heute heißt es auf einmal, auf Arte, leben wir in einem schwarzen Loch. Abschied von der Urknalltheorie. Aha, schwarze Löcher sind also doch was anderes. Diese ganzen Themen musst du nicht verstehen. Es steckt auch so viel Quatsch drin, von Anfang an. Gravitation. Gravitation. Lesch. Lesch in CDF oder ARD. Ich weiß nicht. Er sagte über Gravitation. Wir wissen nicht, was Gravitation ist. Und wenn ich wüsste, würde ich euch nicht sagen. Aha. So frech sind sie heute, ne? Nein. Und sie haben keine Ahnung. Sie haben ja Jahrzehnten Ahnung gehabt. Und jetzt sagen sie, wir haben keine Ahnung. Albert Einstein. Wir wissen alle seine Relativitätstheorie. Zumindest haben wir davon gehört. Du musst nichts verstehen hier. Ein Nobelpreis hat er aber in Quantenphysik bekommen. Und davon hat das System immer abgelehnt. Quantenphysik schon damals, schon damals hat die geheime Wissenschaft für sich gearbeitet. Und das nicht seit erst drei Jahrzehnten über Quantenphysik. Verschwörungstheorien, das politische System arbeitet, selber mit Theorien. Weil sie uns im Prinzip sagen wollen, hey, es sind noch Theorien. Und was stimmt überhaupt noch? Die Wissenschaft, also das System, selber sagt, Zeit ist Illusion. Stimmt das? Und wenn ja, ist alles Illusion? Das System lässt heute den Wissenschaftler immer mehr Freiraum. Für die normalen Wissenschaftler. Sie werden nicht mehr so kontrolliert, gesteuert, abgelenkt, abgebremst wie früher. Und das machen sie in vielen Bereichen. Aber was haben die Wissenschaftler heute von diesem Meer, naja, Freiraum? Denn sie werden alle vor den Kopf gestoßen. Weil auf einmal stimmt das nicht mehr und das nicht mehr und die Rechnung nicht mehr. Ui. Ja, das ist kein Spaß. Alle werden vor den Kopf gestoßen in alle Bereichen. Thema Krankheit. Nur kurz machen wir das Thema. Früher hat es geheißen Krebs. Kommt zufällig. Heute kommt immer mehr ans Licht. Kein Zufall. Alle Krankheiten sind psychosomatische Krankheiten. Psychosomatik. Psychosomatik. Psychosomatik heißt Körper. Ein Schizophrener oder Bipolarstörung oder sowas alles. Angeblich krank im Kopf. Sie bekommen kein Krebs. Normale Gehirne bekommen Krebs. Und wenn jemand angeblich Krebs besiegt hat, naja, nach ein paar Jahren kommt zurück, wenn es mich das Richtige getan hat. Das wäre Ganzwertung. Das ist Heilung. Jetzt kommen wir an das Thema Erde. Ist die Erde eine runde Planet oder birnenformig oder flach am Polen oder total flach? Und ich mache jetzt keine Witze. Das ist offiziell, was ich euch lese. Von Astro News. Sie beantworten die Frage, warum die Erde birnenformig ist. Birnenformig. Nein, ich mache keine Witze. Nein, ich sage auch nicht, dass die Erde birnenformig ist. Seht euch einfach die Links, was ich dazu gemacht habe in Videobeschreibung. Dazu gibt es drei Links. In dem anderen heißt es, die Erde ist platt am Pole, am Pol. Was stimmt noch mit dieser Form der Erde? Es gibt auch geheime Länder, die schon lange nicht mehr auf der Weltkarte sind. Auf der Welt kommen heißt es. Also existieren wir tatsächlich auf dem Kopf? Das einfache Gefühl haben wir verlernt. Jim Carrey, der Komiker, hat einen sehr netten Witz gemacht über die Mondlandung. Alles am Planeten, wo sie angeblich gelandet sind, ist Fake. ein Film, alter Film, Capricorn One, Capricorn One, das ist dem, sagt und zeigt so vieles durch Filme. Die Schauspielerin von Titanic sagte über den neuen Film, wo sie drin spielt, Der Regime, dass es in diesem Film um einen erfundenen Universum geht. Der Film, der Truman Show. Ja und diese Show findet unter eine runde Kuppel statt. 1986, die angebliche NASA Katastrophe. 73 Sekunden nach dem Start ist Space Shuttle Challenger 23 explodiert worden. Heute kommt raus, dass sie fast alle leben. Und vier sogar davon unter gleichen Namen. Video findet ihr in meiner Videobeschreibung. Video Link. Alle Fotos von Planeten oder Planet sind animierte Bilder. Keiner ist echt. Der Wasserspiegel, Meeresspiegel. Wir können uns auch was sagen. Ja, die Erde soll eine Birnenform haben. Ja, das ist heute so im Umlauf. Thema Zeitqualität. Wir reden hier über Zeitgefühl und diese Realität. Nach jurischem Kalender sind wir im Jahr 5700 und noch was. Die Chinesen haben im Februar Neujahr, weil der Frühling was Neues mit sich bringt. Und früher war Neujahr im Frühling. Es gab ein internationaler ewiger Kalender. Was wir offiziell hören oder in der Schule lernen. Es heißt immer bessere Technik, längeres Leben als früher. Haben wir aber früher kürzer gelebt, wie das System behauptet? Zum Beispiel ein Bibelbericht. Erwendet den ältersten Mensch Methusalem, der 969 Jahre alt wurde. Damals waren 969 Jahre nicht 969 Jahre, sondern viel mehr noch dazu. Offiziell heißt es also seit 5 oder 10.000 Jahren, dass in dieser Zeit die Menschen nur 30, 40 Jahre alt geworden sind. Aber damals waren 30 Jahre wie heute 3000. Damals ist die Zeit nicht geflogen. Immer mehr Chaos sichtbar, immer mehr fliegt die Zeit weg. Wir waren ja vor sehr langer Zeit körperliche Riesen. Es gab ein anderer Zeitempfindung. Wenn das System zum Beispiel sagt, vor Millionen, vor Jahren. Das ist so eine Sache. Zitat von Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu rufen, dass sich etwas ändert. Zitat von Albert Einstein. Zitat. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nur Illusionen, wenn auch Hartnäckige. Das System, also die Wissenschaft, sagt selber, Zeit ist Illusion. Stimmt das und ist alles Illusion? Jetzt kommt das Thema, Realität, Illusion. Sind beide relativ und nicht absolut. Realität ist Illusion. Ist alles Illusion? Alles? Illusion ist genau das, was du nicht wirklich sehen willst, sein willst und werden willst. Etwas in dir ist keine Illusion. Es ist in jedem von uns versteckt. Gedanken erschaffen Realität. Also die Illusion. Heißt es sogar offiziell. Das stimmt. Zumindest ein großer Teil. Und die Illusion, immer aufs Neue zu erschaffen, ist nicht das Ziel. Gedanken erschaffen auch nicht unbedingt ein besonders ordentliches Gefühl und Gespür, oder? Fühlt sich das nach Ewigkeit an, nach ewiges Leben an? Dass Menschen sterben, glaubt man weniger daran, dass es eine Illusion ist. Weil sowas Schlimmes kann doch nicht unecht sein. Ja doch. Und das Menschen sterben, ist weit weniger schlimm, als das vorher Gesagte. Zumindest für manche, die da oben, sie sind selbst noch gefangen, nach Plan. Sie versuchen, kein Gefängnis mit totaler Kontrolle zu machen. Ein noch größeres Gefängnis, als diese Illusion schon ist, geht nicht. Wenn es eine Art Hölle gibt, dann hier in diese Illusion. Und ansonsten, nach Planwolke mehr, kein Zufall, alles. Will jemand immer noch weiter glauben und dabei blieben, dass die da oben, die tatsächlich was zu sagen haben, zumindest teils, dass sie scharf sind, auf diese Illusion? Oder dass sie nicht wissen, dass es eine Illusion ist? Und dass wir sie beenden nach Plan? Wenn du das System für dumm hältst, erinnere dich an diesen Kinderspruch, was man sagt, ist man selber. Keiner ist dumm und du auch nicht. Auch wenn du das glaubst, es zählt nicht. Sie arbeiten alle zusammen, alle Länder, auch diese Welt, für diese bevorstehenden Quantensprung. Manche Länder müssen etwas, manche weniger. Manche werden genauso gestört oder abgelenkt, wie sie mit den normalen Menschen tun. Manche sind schon lange dabei. Putin, Schwab, Merkel, alle eben. Keiner ist frei in dieser Illusion. Keiner ist so gemein, wie die meisten denken. Sie haben selbst Kinder. Das System ist nur scheinbar gegen Menschen. Es scheint nur so. Die Realität ist ein Scheinwelt. Existiert so nicht wirklich. Und nochmal, keiner ist frei in dieser Illusion. Das ist sehr einfach zu erkennen. Illusion ist gleich, existiert so nicht wirklich. Simulation ist gleich, es ist ein Film. Erfahrungen ohne das Ziel nicht einmal zu kennen, gehört zu haben oder ohne Ganzwertung sind nur Chaos-Erfahrungen. Und sie können mal nett sein, aber sie verpuffen. Sie bleiben nicht. Viele schreien nach Ende der Welt. Es kommt Ende der Welt oder irgendwann kommt das Ende der Welt. Kaum forsterbar, dass die Illusion nicht zu Ende geht durch apokalyptische Zustände, sondern ordentlich von uns beendet wird. Aber lieber stellt man sich apokalyptische Zustände vor, als dass man hinschaut. Am Ende der Zeit werden keine Katastrophen, keine apokalyptische Zustände, wie die meisten sich vorstellen. Es wird liebevoll und unscheinbar starten. Illusion wird beendet. Und Ende der Welt bedeutet Ende der System und nicht der Erde. Die Illusion wird durch ein Quantensprung nach Plan beendet. Quantensprung. Es gibt keine absolute Wahrheit in dieser Illusion, weil die Illusion selber nicht absolut ist. Wir existieren aber nicht nur in dieser Illusion. Dazu später mehr. Die absolute Wahrheit, die Wirklichkeit, wird jeder in den bevorstehenden Quantensprung wahrnehmen können. Ohne Ausnahme. Wenn ich sage, die Kriege existieren nicht wirklich, dann klingt das etwas brutal, aber tatsächlich brutal ist die Illusion. Aber sie ist ja nicht nur brutal, denn in Wirklichkeit geht es mit uns allen in die Wirklichkeit, in das Absolute, die Ewigkeit, nach Hause, geh heim. Du willst nicht ewig leben, weil du denkst, hier leben zu müssen? Das sage ich aber nicht. Keiner würde ja in diese Illusion ewig leben wollen. Und das geht sowieso nicht, da die Illusion selber nicht ewig ist. Illusion ist also nicht das wirkliche Leben, nicht das ganze Leben. Das wirkliche Leben ist uns noch fremd. Das wirkliche Leben hat keinen Anfang und kein Ende, ist ewig. Das kleine Ich ist eine Illusion ohne das große Ich. Was ist das große Ich? Also was bist du sonst? Und kannst du dich in dieser Illusion ganz erkennen, was du noch bist? Nein. Dafür muss die Illusion beendet werden. Und die Illusion wird beendet. Später mehr dazu. Eine Illusion, die auf einmal beendet wird, dann ist auf einmal was da? Die absolute Wirklichkeit ist da. noch mal Gedanken erschaffen Realität und Illusion dasselbe. Es erschafft Chaos ohne Liebe. Bald wird es nicht mehr weiter erschaffen. Wie die Illusion beendet wird, könnt ihr bis am Ende des Videos erkennen. und jetzt kommt das Thema die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist absolut. Warum kommt das Wort Wirklichkeit erst seit Jahren ans Licht? Ablenkung vom System. das Ziel des Menschheit ist die Wirklichkeit, die ganze Zeit. Ziel des Lebens ist physische Unsterblichkeit auf die ewige Erde in dem bevorstehenden Quantensprung. Das Wirkliche Licht blendet nie und sie ist wirklich, geht nie aus, göttlich und nicht blendend. Es ist noch ziemlich geheim und das wird auch so bleiben bis zum Sprung. Ausnahme Deutschland und deutschsprachige Länder, aber speziell Deutschland. Was du hier hörst, findest du nicht mehr auf der Welt, außer du schaust nur oberflächlich, weil dann kann es sein, dass jemand ähnlich klingt wie ich, aber nur scheinbar. Die Wirklichkeit hat keine bestimmte Vor in dem menschlichen Verständnis, keine Länge, keine Dauer, keine bestimmte Weite, es ist ewig. Also wohin mit uns? Wohin mit uns alle? In die Wirklichkeit? Was anderes gibt es nicht. Darüber wirst du froh sein. Keine siebten Himmel, keine fünfte Dimension Aufstieg oder Leben nach dem Tod und so weiter. Die Wirklichkeit ist überall und ewig. Noch ist die Ewigkeit versteckt in uns. Wir wissen alle, wohin es geht, aber nicht als Mensch, sondern als das, was wir wirklich noch sind und werden. Leben. Was wir schon sind, weiß jeder in Wirklichkeit. Jeder. Ich möchte euch nur daran erinnern. Ist der Ursprung der Anfang unserer Reise? Was gab es davor? Die Quelle die ganze Liebe die Wirklichkeit. Jetzt kommen wir zum Thema Worte, die mit Re am Anfang zu tun haben. Re hat immer mit Zurück zu tun. Zurück zur Quelle. Religion, Regierung, Realität, Rebell, Reflexion, Revolution, gemachte Krieg nach Plan. Der Film Zurück in die Zukunft. Zurück, warum heißt es nicht zurück in die Vergangenheit? Wie kommt man denn auf so ein Name? Wir bleiben noch bei ein paar Worte, ein paar Beispiele. Und diese Worte gibt es nicht umsonst oder aus Zufall. Endzeit, Neugeburt, Ewigkeit, Gravitation ist auch so ein Wort. Ein paar etwas andere Worte sind Wohn Haft, Haft, Gehirn, Zelle, Denkfabrik, Denkapparat. Aber kommen wir nochmal auf das Wort Gravitation. Gravitation. Auf Latein Gravita heißt Schwanger. Wer ist hier schwanger? Wer ist hier energetisch schwanger? Später mehr. Gravidität ist eine medizinische Bezeichnung für Schwangerschaft, sogar auf Deutsch. freie Wille. freie Wille. Sabine Hosenfelder beim Sternstunde Philosophie SRF Kultur. Titel von diesem Video heißt freie Wille das macht keinen Sinn es macht auch keinen Sinn dass wir nach jemanden gehen oder nach Politik sondern nach Plan nach das was schon lange bestimmt ist freie Wille von kleinen Ich gibt es nicht aber von deinem großen Ich Kein freie Wille hört sich für manche vielleicht schlimm an als es tatsächlich ist denn jeder bekommt am Ende viel mehr als das nach was sie je gesucht hätten freie Wille hat wie gesagt dein großes Ich das Wesen in dir was ich für all das hier den Plan entschieden hat alles läuft nach Plan immer Technik Thema Technik wobei ich später nochmal darüber sprechen werde in diese Illusion funktioniert nichts richtig könnte man sagen oder und funktionieren klingt auch robotermäßig Funktionen auf andere Seite will man nicht funktionieren aber funktionieren wir richtig oder sogar ganz nein noch nicht das Wort automatisch wer will schon ein automat sein automatisch auto dass diese Illusion die lange Zeit automatisch in den Tod geführt hat das ist auch Automatismus aber die schlechte illusorische es ist eine billige Automatismus in diese Illusion das richtige Auto Automatismus hat mit dem Plan zu tun es ist mehr als sicher dass du automatisch nach Hause kommst nach Plan eine Auto finden wir praktisch zum fahren aber ein Automat die Technik in dieser Realität Illusion können wir nicht ganz benutzen und arbeitet immer in Trennung von alles in eine Illusion kann Technik nicht richtig und ganz funktionieren Funk die Funke Liebe ist in dir versteckt jetzt kommt das Thema Spiritualität wenn man heute auf YouTube als erstes Spiritualität angibt dann kommt gleich als erstes es ist eine Fall oder Spiritualität ist gefährlich oder Yoga ist schädlich das war früher nie der Fall es gab viele Nahtoderfahrungen alle waren begeistert jetzt gibt es auch negative Nahtoderfahrungen das alles erst seit ein paar Jahren im Internet Spir Spiritualität sagt dass wir nicht unsere Körper sind es ablegen können normal ist das sterben weil es angeblich zum Leben gehört eine angebliche Seele die den Tod überlebt es gibt keine angebliche Seele und wenn man nicht nur oberflächlich hinschaut dann kann man das erkennen aber dann kann man auch erkennen dass wir das auch nicht brauchen dass es nach dem Tod nichts gibt ich könnte jetzt was sagen bevor sich manche aufregen ja was ist mit meiner gestorbene Mutter ja später dazu mehr wenn du jemandem sagst wir werden göttlich dann heißt es ich bin doch schon Gott in dieser Illusion ist keiner göttlich es geht auch nicht darum was man schon glaubt zu sein sondern was wir alle werden ich bin auch keine fertige Göttin also ganz körperlich ich bin im werden wenn ich schon göttlich wäre dann würde ich in diese Illusion nicht mehr rein passen die Illusion ist ein Witz sehr klein gegen die Ewigkeit gegen das göttliche Liebe Spiritualität ist schon alles Licht um Liebe und angeblich sehen sie das überall aber sehen tut es keiner in diese Illusion Keiner liebt sich wirklich oder ist sogar schon die Liebe dennoch heißt es überall du musst dich selbst lieben man kann sich nicht lieben für das was man in diese Illusion ist sondern für das was man ist und noch wird in den bevorstehenden Quantensprung es geht nicht um Spiritualität oder Gott oder Seele es geht immer 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 um die Liebe Liebe Punkt Liebe ist Liebe Punkt In Spiritualität heißt es Meditation Ruhe im Kopf Stille das geht aber nicht was bedeutet Ruhe Stille wenn der Kopf erst mal arbeiten muss um in Ordnung zu kommen spätestens im Sprung Gedanken Existenz Akzeptierung einfach stehen lassen sie haben einen Grund in ihrer Existenz versuche es nicht zu stoppen gerade wenn es so dreht den Kopf in Spiritualität heißt es auch öffne dein Herz das ist Blödsinn und generell geht es nicht um immer mehr Energie immer mehr mehr sondern dass die Energie in Ordnung kommt Das meiste was man in Spiritualität findet ist vom System gesteuert In Spiritualität geht es um Sinn des Lebens Es gibt keinen Sinn in Unsinn Das Ziel ist der Weg und nicht der Weg ist das Ziel Das Ziel ist der Weg Fast jeder glaubt an eine Seele und wenn jemand stirbt dann heißt es es ist jetzt im Himmel und in Frieden Kaum jemand sagt Ja es ist im Himmel aber reinkarniert bald wieder Kaum jemand interessiert es ob wieder inkarniert oder vielleicht auch wo Es ist Inkarnation Finale und egal ob in Spiritualität oder nicht es heißt Geh dein Weg Wir können uns alle fragen warum wir nicht alle denselben Weg gehen Wohin sollten diese unterschiedlichen und unterschiedlichsten Wege führen Wenn es gleichzeitig gerade heute heißt nur zusammen geht es weiter Wir haben am Ende alle denselben Weg von Illusion in die Wirklichkeit Es gibt nicht mein oder dein Weg nur scheinbar Die Trennung wird aufgehoben Das Ziel ist der Weg Jetzt kommt Thema Heilung Heilung ist Ganzwerdung Ganzwerdung ist Heilung Es ist dasselbe Ich rede hier von Heilung Heilung Heilmittel wie Cannabis Öl oder sonst was kann nicht heilen oder oder schaut der jenige dann heilig aus Das Heilige ist kein Mittel zum Zweck Auch keine Pflanze kann heilen Alles Geschichten Heil bedeutet vollständig Hey bist du noch ganz dicht Ein guter deutscher Spruch Hey bist du noch ganz dicht oder Hey du bist nicht ganz dicht Wirkliche Heilung beginnt in den bevorstehenden Quantensprung Heilung ohne Liebe gibt es nicht die wirkliche Liebe selbst ist heilig Die größte Krankheit Was ist die größte Krankheit Der Tod Es wird ein Todeskult auf der Welt veranstaltet Der Tod ist die größte Krankheit Energie Thema Energie In Wirklichkeit existiert nur in anderen Strichen nur eine Energie und sie ist ganz also göttlich aber ich sage es mal anders für den menschlichen Verstand Es gibt zwei Arten von Energie eine die wirklich ist und eine die nicht wirklich ist nur scheinbar Sonnenschein und jede andere Art von Licht bis zum Sprung ist Chaos hat immer mit Chaos zu tun und ganz kurz bevor ich zum nächsten Thema gehe es gibt eine Art Modus entweder oder der neue Modus was hilft ist der sowohl als auch Modus jetzt kommt das Thema Realität und was ist los auf dieser Erde was ist los in dieser Realität was ist mit der Menschheit los wir stehen am Scheideweg es ist ein Umbruch auf alle Ebenen welche Probleme haben wir tatsächlich aber was ist ein Problem überhaupt haben wir scheinbare Probleme und nicht scheinbare Probleme sind Aufgaben und wenn man sie richtig angeht dann kommen auch immer die richtigen Lösungen automatisch dazu können wir alle Probleme lösen ja der bevorstehenden Quantensprung der Menschheit wird alle Probleme lösen geht es nur dadurch ja du glaubst mir nicht zu glauben ist einfach glaubt man ja es ist aber nur scheinbar einfacher weißt du es denn sonst musst du glauben das politische system mit nato ist nicht dumm du kennst viele politiker nato hat mehr zu sagen als andere wie viele namen fällt dir in politik ein und wie viele namen fällt dir ein über nato höchstens ein name oder verstehst du und ja das system macht viel absichtlich kaputt mehr als du tragen kannst aber nur scheinbar es ist eine scheinwelt dennoch können sie auch hier in diese scheinwelt das ganze nicht in den sand setzen sozusagen die macht dazu haben sie sowieso nicht und das wissen sie aber sie haben auch keine interesse der große plan kann kein mensch in den sand setzen alles nur so und warum es absichtlich ist vom system nochmal weil wir alle nach plan gehen das ganze system erde menschen tiere bäume alles am besten etwas loslassen von dieser trennung was überall statt findet wenn du das big picture erkennen möchtest und viele menschen müssen arbeiten und so weiter eine normale existenz zumindest teilweise führen und das ist mehr als verständlich wenn es derjenige kann wenn aber nicht dann sorge dass du ein dach hast über den kopf und was zum essen egal wie möglichkeiten gibt es in deutschland immer 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 offener dann findest du immer eine möglichkeit mit illusion ist schwerst arbeit für jeder im sprung wird jeder automatisch zu liebe weil eben jeder bis dahin immer schwerst arbeit hatte und deshalb automatisch zu liebe wird dein richtig auto wird dich nach hause fahren und die ist cool aber jetzt kommt das Thema Wissen wir wissen als Mensch nicht was absolute Wissen ist werden wir das absolute Wissen erreichen ja wem gehört das absolute Wissen dazu später mehr ein Baby fühlt sich ziemlich ewig Babys sind nicht leer im Kopf mag sein dass du viel gelernt hast in die Schule oder studiert oder sonst was aber du hast nur scheinbar was gelernt tatsächlich im versteckt hast du was ganz anderes gelernt jeder hat seine Rolle ausgesucht in diesem Film auch jede Putzfrau oder Anwalt jeder hat Schwerstarbeit auch wenn du es nicht merkst was ist wissen ich gebe euch ein Beispiel wenn ich ein UFO unbekannte identifiziertes Flugobjekt gesehen habe und er war sehr groß riesig wie ein riesen stadt bedeutet das dass es außerirdische gibt weil wenn ich sehe dann weiß ich es dann muss es doch so sein das muss doch so sein oder ja eben nicht es gibt keine außerirdische obwohl ich unsere menschliche verständnis gesehen habe sage ich trotzdem es gibt keine außerirdischen das sind wir das sind wir von anderen zyklen wir können von anderen zyklen in diese zyklus hineingreifen auch wenn nur bestimmte dinge kronkreise lichtkugeln auf youtube angeben das sind wir und anderen zyklen das wird durch eine lichtkugel technik gemacht von uns das meiste über außerirdischen ufos ist show und fake vom system und dna nochmal wir kommen nochmal auf diesen punkt zurück 98% sind das was wir sonst noch sind in anderen zyklen deshalb können wir es als menschen noch nicht dekodieren es ist noch nicht codierbar nur ab dem bevorstehenden quantensprung diese zyklus der letzte zyklus auch kali yoga oder die dunkle zeitalter genannt aber mehr über die fünf zyklen später auf jeden Fall du bist viel älter als du denkst noch gleichzeitig viel jünger sowohl als auch wir reden jetzt über die psyche der tod der todes programm der programm fängt den kopf an und ändert auch dort indem er zu einem quanten computer wird das alles im sprung die psyche ist eine simulierte bewusstsein sie ist auch nicht ganz es ist auch simulation programme die vorprogrammiert worden sind bevor wir diese reise gestartet haben alles nach plan die wahre künstliche intelligenz sind wir wo sollte ansonsten diese künstliche intelligenz kommen es ist alles von menschen programmiert programme das ist nur ein spiegelbild was wir können oder auch nicht als menschen von kollektive psyche reden die menschen auch immer mehr erst seit ein paar jahren es ist gewollt es ist absicht von system gesteuert und nicht weil wir allein als mensch immer schlauer werden die sprach veränderung von den letzten jahren ist absicht von system gesteuert und die veränderung ist immens allein mit ein paar worte die überall sind verändert sich schon so vieles lass los und so weiter raus aus der komfortzone scheinbare komfortzone es scheint noch so also gegen kollektive psyche hat auch kaum jemand was dagegen wenn ich aber sage deine psyche ist kollektiv dagegen haben die meisten ein problem unverständlich dass du diese kollektives chaos nicht sein möchtest möchtest aber das bist du erstens nicht nur und zweitens wird es nicht so bleiben und es wird nur dann einfacher wenn du das akzeptierst wie es ist gerade wie du das am besten akzeptieren solltest später in das Thema Abneigung gegen die Menschheit wobei es gibt natürlich Abneigung auch gegen die Technik und so weiter als Menschen als Mensch können wir ausschließlich nur mit eigenen Spiegel kommunizieren Spiegel und Reflexion Spiegel reflektiert ob man das dann sieht oder sehen will kann das ist was anderes man sollte immer mehr reflektieren sagen die Menschen immer mehr in den Medien ob Sauspieler Sänger oder sonst was und ich zitiere was Selbstreflexion oder sowas bezeichnet in den Medien oder im Internet wie Selbstreflexion bezeichnet wird ich zitiere Selbstreflexion bezeichnet die Fähigkeit über sich selbst nachzudenken das bedeutet sein Denken Fühlen und Handeln gedanklich zu analysieren und zu hinterfragen mit dem Ziel mehr über sich selbst herauszufinden das klingt schon mal nett oder ja soll man reflektieren selber als Spiegel oder wo ist jetzt die Spiegel bist du der Spiegel oder das äußere der andere das äußere ist immer der Spiegel und wenn du es als Spiegel siehst dann reflektiert es auch zurück man kann nicht reflektieren wenn man den gegenüber nicht als eine eigene Spiegel sieht eigene Spiegel wie Bild gibt es höchstens in den normalen Spiegel aber was sollte man drin erkennen dass man älter wird oder sterblich ist aus einem bestimmten Grund ja mehr oder weniger alles andere als Spiegel zu sehen alles außer die normale Spiegel das Ego will oder versucht zumindest alles zu verstehen ganz werdung also Heilung hat nichts mit verstehen zu tun sondern mit erkennen und werden das ist auch eine Arbeit auch in grob gesagt Körper mit Psyche später mehr gerade wenn du Schwierigkeiten hast versuche weniger zu verstehen und das richtig immer mehr zu tun für dich lauf nicht mehr weg von dir selbst und das tust du verständlicherweise wenn du die Sache nicht richtig angehst die Arbeit Körper mit Psyche sehr wichtig und Insexualität Thema Sexualität und Erregung dazu später mehr Mir ging es auch so früher dass ich mich gefragt habe wieso verstehen manche Menschen nicht dass alles falsch läuft das war vor 10 15 Jahren und und dann tun sie eventuell so als ob sie was verstehen und dann erkennt man nach kurzer Zeit dass sie das nicht tun dass sie sich in den selben kreis wie vorher drehen warum warum funktioniert das nicht das haben sich bestimmt schon viele bis jetzt gefragt der versteht das nicht und die welt bremt und er schaut doch gar nicht hin es sind doch Schlaftabletten also ihr kennt ja zumindest Gedanken Strömungen das ist auch ein Wort der immer mehr immer läufiger ist das ist auch kein Zufall aber es gibt auch Körper Strömungen Körper ist materialisierte Psyche und wenn sich Gedanken Strömungen nicht in der Art verändern dass sie sich auch im Körper verändern das geht nur in Ganz Erden Körper und Psyche dann bleibt es alles beim Alten die Gedanken Strömungen sind immer noch die Alten sie können auch da nicht anders reden dazu muss man ja die Strömungen auch im Körper ja sich ordnen lassen dann kommen kommen sie auch in andere vor eine geordnete vor das Wort Heilung wird verwechselt mit Wort Gesundheit keiner sagt oder fragt bist du wieder heil sondern jeder fragt bist du wieder gesund Keanu Reeves von Film Matrix ein Zitat von ihm die Wahrheit ist du kämpfst nicht mit Depressionen du kämpfst mit Realität in den wir leben das Ego die Psyche allein ohne Körper bleibt immer dieselbe Strömung und es will immer Recht haben mal mehr mal weniger aber so dass die meisten nichts Direktes merken will immer Recht haben dabei ist das einzige Recht was du wirklich hast ist auch das ewige Leben eine Meinung allein aus dieser Illusion ist immer relativ wenn wir als Menschen uns einen Film anschauen im Fernsehen oder sonst wo dann schauen wir in einem Film einen Film an Thema Seele Seele die angebliche Seele unter Seele versteht man ja oder hofft man ja dass es darum geht dass es nach dem Tod weiter geht Seele das Wort kommt vom See das hat man früher als Seele verstanden es ist in das Wasser versteckt in unsere menschliche Verständnis über das Wort Seele ist Wikipedia nicht so schlecht wobei natürlich immer viel Quatsch dabei ist aber man kann zwischen die Zeile lesen wir haben mal von Atlantis gehört und dass da die Leute unter Wasser geliebt haben das sind wir in den anderen Zyklen haben wir mit sehr viel Meer Wasser zu tun gehabt wir haben unter Wasser gelebt geatmet das was in Wasser und Luft versteckt ist wird so gut versteckt und unterschätzt ohne Luft lebt der Mensch ein paar Minuten ohne Wasser länger ohne Essen noch länger das sagt vieles Luft als erstes ist wichtig in ganz Werdung da ist alles drin man kann das Wasser ruhig als eine Art flüssiges Licht bezeichnen weil das hilft es hilft für Verständnis für ein einfacher Verständnis so hast du eine bessere Vorstellung wie wir in dem anderen Zyklus unter Wasser geatmet haben eine Vorstellung aus der menschlichen Perspektive sehr gemeint denn auch Wasser ist was anderes als das was der menschliche Gehirn begreifen kann nochmal Wasser ist flüssiges Licht dieser Licht hat nicht unbedingt mit dieser Illusion hier ein Zitat von Stephen Hocken es gibt kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer das ist ein Märchen für Leute die Angst im Dunkel haben ja das hatte zumindest erkannt dass wir in dunklen Zeitalter sind und zu Ende geht beendet wird man kann sich fragen warum haben die meisten Menschen keinen Kontakt mit gestorbenen oder tun die jenigen die das behaupten nur mit seinem eigenen Spiegel kommunizieren ja es heißt doch eine Selle inkarniert und existiert wieder auf die Erde aber niemals niemand keiner sagt es ist gestorben aber die Selle lebt weiter inkarniert sich wieder vielleicht ist schon inkarniert ist wieder auf die Erde nichts es geht ja nur nach eigene Vorstellung dass es irgendwo diese Selle dann am besten bleibt wo man will vielleicht in den siebten Himmel oder so oder in welche anderen Adressen ein gestorben hat keine Selle trotzdem macht man den gestorben so klein in den man schon versucht es zu kontaktieren die eigene Quelle ist nicht verschwunden von den gestorben sind alle wieder im Sprung da wenn wir zurückspringen alles der Film wird zurück gespielt ich bedeutet ego in wikipedia und das stimmt das kleine ich kann nur das ego sein das ego nicht dein ego dein ego dein weg gibt es nicht ist alles drennungen es ist egoistisch zu denken dass irgendwas von den gestorbenen existiert alles was du eventuell wenn du sowas mal gemacht hast was du da wahrnimmst es ist immer eigener Spiegel ein gestorbenen hat keine Psyche keine Seele die eigene Quelle ist mehr als existent aber sie kann von uns als Menschen nicht kontaktiert werden erst im Sprung dann sind alle als eine eigenständige Quelle wieder da das Wort Wahrheit Wahrheit ist immer relativ es gibt keine absolute Wahrheit in dieser Illusion weil die Illusion selber nicht absolut ist absolut ist die Wirklichkeit man kann ja sagen die absolute Wahrheit ist die ganze Liebe die Wirklichkeit und die Liebe ist in diese Illusion nicht absolut weil es gar nicht geht in eine Illusion nur ab dann wenn die Illusion beendet wird Wir existieren aber nicht nur in diese Illusion dazu kommt es dass man als Mensch alleine also ohne ganze Heilung Quantensprung in die Wirklichkeit nicht möglich ist nur teils der absolute Wahrheit zu erkennen und auch wahrzunehmen das Wort bewusst und unbewusst Bewusstsein gibt es in diese Illusion nicht nur eine simulierte Bewusstsein wenn man das Bewusstsein verliert das bedeutet auch unbewusst wenn du schläfst auch das ist aber nur eine oberflächliche kleinen Teil in diese Illusion das meiste unbewusste ist das was du sonst bist in den anderen Zyklen dein großes Ich und das was du am Ende der Illusion ganz sein wirst Ich hatte nicht vor über diese Thema zu sprechen also diese Thema schmeiße ich jetzt einfach mal so rein Thema Wettermanipulation gibt es sowas tatsächlich aber zuerst müssen wir schauen was heißt Wettermanipulation oder Klimamanipulation du kannst in meiner Videobeschreibung ich werde was verlinken kannst anschauen wie offen das System heute zugibt und das seit Jahren seit ein paar Jahren wie offen es zugibt dass ich sowas doch machen und das seit Jahrzehnten was du in dieser Links dann sie sie ist das dürfte man vor 2016 nicht schreiben und heute ist voll damit wenn jemand in einen Raum geht und laucht sagt wir haben heute aber eine schlechte Klima in diesem Raum Klima oder Atmosphäre wir haben heute aber eine schlechte Atmosphäre in diesem Raum eine gute oder eine schlechte Atmosphäre Klima ist immer wandern ist doch klar dass die Klima sich verändert die Erde muss nicht gerettet werden diese Klima die wir haben hier in diese Realität muss nicht gerettet werden sie wird in Ordnung gebracht es ist auch nicht die ganze Erde sondern nur die illusorische Teil nach dem Rand Erde geht es weiter in Wirklichkeit da ist keine Ende von Erde und Grenze in Wirklichkeit nicht die Erde die Erd Universum braucht keine Hilfe Klimaproblem ist weg die Eis schmelzt ja das hat mit eine tiefere Bewegung Verschmelzung zwischen das männliche und weibliche was stattfindet im Geheim können klar wird das Klima manipuliert von uns selbst wenn wir uns selbst manipulieren manipulieren wir alles was in dieser Illusion existiert alles dass wir als kollektiv mit das wetter spielen können denn das sind wir auch selbst es ist nur ein Spiegel bild unsere kollektive und individuelle psyche individuell ist klein das kleine ich plus das große sich jetzt findet natürlich eine ständige Manipulation das ist normal diese Illusion sozusagen du könntest zum Beispiel sagen wow diese billige Technik in diese Illusion kann man sogar sowas machen sowas was am Anfang wie in Science Fiction Film klingt interessant das könntest du dir sagen wenn das in diese Illusion geht was geht dann sonst in Wirklichkeit wenn die Illusion beendet wird und Ewigkeit da ist ok Thema Gefühl Was ist ein Gefühl das Füllen geht über das Atmen das Rein und Raus Atmen über die Lunge und die Thämonströse Früher hat es geheißen dass es normal sein wenn sich die Thämonströse deaktiviert dass man die Thämonströse nicht so braucht nicht so wirklich wichtig ist oder wäre um zu überleben heute heißt es man kann es wieder aktivieren aktivieren ich rede hier nicht von spirituellen Seiten oder so von System rede hier ja schon interessant aktivieren oder was kann man sonst aktivieren wir verlieren schon als Kinder eine bestimmte Gefühls Ordnung Strömungen vorn verändern sich vielen verlieren geht nach außen versteckt in der Chaos in die Heilung Ganzwerdung kommt es wieder zurück zumindest ein Teil alles dann im Sprung Sachen wiederholen sich weil dort immer etwas zum Zurück holen ist es gibt den Satz auf Deutsch und es sind so viele auf Deutsch wie in kein anderes Land Wer nicht fühlt muss spüren viele Sprüche kennt man heute immer weniger aber manche von uns haben das nicht vergessen ich wohne auch schon über 30 Jahren hier was sagt uns dieser Satz das wenn wir nicht fühlen spüren werden wie wir sterben das fühlen schleudern wir nach außen auf spätestens sieben jahre fängt immer mehr an wer sorgt dafür dass das fühlen auch in ordnung bleibt und geht verloren versteckt sich in das chaos ein teil tut sich dann in eine art negative gefühl oder energie ver selbstständigen und daraus können bis zu sehr unangenehme zustände führen das ist das was das system meint mit eigenen dämonen der bill von tokio hotel sagte mal ich mag nicht schlafen weil beim schlafen oder einschlafen ich mit dämonen zu tun habe das ist ganz übel oder etwas später jeder von uns hatte während all dieser jahre mit corona mit seinen eigenen dämonen zum kämpfen fast alle reden von gekämpft hat kaum jemand gibt zu dass es noch so ist das ist also eine energie die sich verselbstständigt in eine komplexere spiegel das sind also keine dämonen diese energie kann sich so verselbstständigen dass sie nach bestimmten fratzen oder ähnliches aussieht von hören her aber wenn ich dann gefragt habe okay versuche mal zu erklären mir was du unter dämonen verstehst erzähl einfach und während erzählen hat derjenige oder diejenige gemerkt ja von dämonen kann man jetzt auch nicht so wirklich sprechen eher von unangenehmen energie es gibt auch keinen teufel oder satan oder böse geister alles erfunden von uns in diese illusion aber auch durch den plan es ist kein zufall alles nicht und findet nur im menschlichen chaos den kaparat statt gibt es nicht wirklich corona auch nicht eine bakterie die kackeli macht ist kein virus aber auch wenn es den gäbe in diese illusion wäre auch nur scheinbar scheinbare existenz existiert nicht wirklich gefühle wenn ich sage dann verstehen die meisten automatisch angenehme gefühle die nicht angenehmen gefühle nennt man aber auch gefühle also was ist ein gefühl wenn gleich nebenan der unangenehme gefühl vielleicht anklopft die viele unterschiedliche art von gefühle haben erstens mit bewegung zu tun emotion auf englisch heißt bewegung die vorstellung was zurzeit vorgeht wie alle in die unterschiedlichsten wegen und richtungen sich bewegen ohne ein ziel kein kollektives gefühl gefühl dafür wo es hingeht es geht sowieso immer in die richtige richtung das kollektive sieht sehr stabil aus als ob es nur das existieren würde als ob man das auch nicht beenden könnte in ordnung bringen als ob es unmöglich wäre das was ganz anderes kommt weil beim so viel kackeli kann ja doch nicht sein dass sowas kommt sowas was mehr als nur gut ist auf andere seite denken viele schon länger schlimmer kann es eh nicht mehr werden es kann noch besser werden oder was denkst du kann sein dass du denkst oder vom gefühl her dass du denkst es ist so schlimm da kann es nichts mehr was besseres kommen kann nichts besseres kommen unmöglich so ungefähr ja was nun was ist mit diesem satz es kann nur besser werden kann es sein dass es für dich alles noch zu groß klingt zu groß gibt es nicht höchstens für das ego mal ego klar machen dass du nichts zu verlieren hast wenn du deine eigene quelle aktivierst das beste kommt zum schluss welches schluss nach ende der illusion illusion wird beendet fühlen ohne spüren gibt es nicht du hast mich mit deinen worten so tief berührt ist das jetzt fühlen oder spüren es gibt keine gefühle sind bewegungen es gibt keine gefühle nur scheinbar kopf gehirn also mit spüren und fühlen werden dann im sprung also wenn die illusion beendet wird verschmelzen das heißt alle bewegungen emotionen kommen wieder zusammen und in ordnung daraus entsteht eine bewegung aus all diese bewegungen dann ist alles eins bedeutet ordnung noch nicht die gettliche es ist die ordnung so können wir dann auch zurückspringen wie gesagt alles kommt in ein gefühl mit gespür und gehirn eine einzigartige bewegung dann sitzt alles willkommen auf den punkt und die zeit bleibt stehen danach springen wir durch die anderen ziegeln zurück dann wird es göttlich zum schluss wenn wir in die wirklichkeit sind zur quelle ursprung dann wird es ganz göttlich sexualität die wenigsten frauen haben etwas spaß am sex die meisten nicht und es ist den ganzen zyklus was so circa 5000 jahren etwas spaß der nirgends hin führt außer dass immer weniger wird und dann heißt es man muss ja eh sterben für männer ist sexualität etwas anderes und deshalb haben sie etwas mehr spaß aber das auch nur scheinbar sexualität ist ein kampf weil das männliche und weibliche verletzt und immer noch sind bis zum sprung denn nur dann kann ja die verschmelzung die stattgefunden hat wahrgenommen werden die heilung das heißt kollektiv ist noch wie man nach außen sehen kann immer noch illusion immer noch verletzt jede bewegung ob sex oder nicht ist immer schwerst arbeit ein einziger ton ist schon chaos in diese illusion intimität hat nichts mit sex zu tun das ist keine wirkliche intimität wirkliche intimität ist wenn sich jeder nacht ausziehen darf im sprung wenn nur das bleibt was man wirklich werden möchte jeder wird damit beschäftigt sein im sprung jeder für sich das männlich und weiblich kampf die 5000 jahre dort sitzen im kollektiv die würzel des übel versteckt gewesen und hättest du gedacht dass wir nur dann weiter kommen wenn das männlich und weibliche pol in die heilung kommen weil ich nicht bis ich auf einmal mittendrin war aber später dazu mehr wir haben uns intim angefasst auch nicht intim berührt mit immer weniger gefühl weil kein plan nicht als ziel in sicht war auch weil erst am ende der zeit das ziel sichtbar wird manche haben also früher zu früh gesucht nach zum beispiel heilige krall die sucht hat immer mit suche zu tun nur durch richtige bewegung erregung sex organ hört die suche auf ganz werdung hat mit körper zu tun und nicht mit ignoranz im körper auch die jenige die in ganz werdung sind machen einen bogen im alltag wenn es um sexuell organ geht weil oh sonst bewegt sich was und das ist doch nicht normal oder nicht so gut ich arbeite doch meine arbeitskollegen schaut mich an das darf sich doch nicht bewegen da unten was auf einmal man macht einen bogen ohne es zu merken das sex organ ist schnell aktiv also etwas präsent wenn man eine gewisse leichte oder zarte und vielleicht sogar unscheinbare präsent weil es geht ja nicht um intensiv oder gas geben kann man auch aber was ist mit dem andere seite also unscheinbar leicht zart sich dafür öffnen wie kannst du da besser reinschauen in deine Wurzel chakra da ist die Wunde beim Frau deshalb blutet sie als Symbol also nicht dass es nicht okay wäre sondern nur als Symbol auch weil es ist okay dass es so ist in diese Illusion jede Frau im Prinzip zeigt damit dass sie verletzt ist und das wirkt sich auf jede andere Gebärmutter und jede andere Bewegung in das kollektive auf jeden und auf beide Polen alles beide Polen sind in uns drin männlich und weiblich so wie du mit den anderen geschlecht umgehst so gehst du mit dein eigenen geschlecht geschlecht wir gehen ganz schlecht damit um erkenne hier nur die Sprache dass es kein Zufall ist Erregung bei uns als Menschen und generell arbeitet das fühlen und spüren bei uns als Menschen sehr in Trennung sehr aber in einem Punkt im Körper einen Punkt gibt es noch wo diese zwei Dinge fühlen und spüren noch verschmolzen sind etwas zusammen arbeiten mehr oder weniger aber es ist bei jedem was kann das sein wo ist der Punkt wo man das fühlen und spüren wenn du genau hinschaust nicht trennen kannst du kannst nicht sagen ob du da was spürst oder fühlst oder beides ist die Erregung fühlen oder spüren es sind beides also Erregung ist fühlen und spüren beides nochmal versuche du jetzt die Erregung die du kennst für dich zu beschreiben bevor ich weiter rede was ist das für ein gespür oder gefühl wie würdest du das bezeichnen erstens schön nett interessant aufregung das sind die dinge die die meisten sagen werden 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 in Erregung sind zwei Sachen erstens zwei bei jedem egal wo es steht und diese zwei Sachen werden ziemlich schnell übersprungen deshalb kann man sie nicht erkennen wenn ich aber es sage dann schon ein Teil in Erregung steckt erstens das Süße und Demut weil man als Mensch alleine Demut und das Süße übersieht überspringt nehmen die Strömungen eine andere vor und viele dann bis heute kommen an Erregung nur durch eine bestimmte Demütigungs Gefühl Demütigung Demut Digung ist ein bisschen was anderes als Demut Demütigung und es ist auch kein Zufall dass beide Worte Demut und Demütigung so ähnlich sind was ist Demutigung wenn man den Demut unten überspringt das ist fein da wenn du denkst dass dein Gefühl Gespür ist ist und auch alles ist und Veränderung oder besseren Sex kann mit einer Frau kommen dann kann sich diese Energieströmung nicht zurück verändern sozusagen diese Demütigung Gefühl haben die meisten auch wenn leicht oder etwas versteckt nicht davon weglaufen und nein 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 sowas ist schlimm sondern wahrnehmen kurz zumindest und schau was noch drin ist drin ist Demut versteckt mach es immer alleine bis die Demütigung sichtbar wird und du es loslassen kannst weil Demut etwas da ist und schöner und dann kannst du auch loslassen du hältst es fest als deine eigenen dann kann der Rest was du verloren hast nicht zurück kommen lass es ausstrahlen so wie mein erstes Video bei der Aktivierung der Quelle eigene Quelle erste Video Stunde sieben und noch was halbe Stunde glaube ich lass es ausstrahlen nicht immer dort festhalten ausstrahlen nach außen und nach oben es ziehen im Bauch nicht dort festhalten als ob sich nicht bewegen könnte diese Erregung und nur dort existieren kann das ist auch Kopfsache alles fängt den Kopf an wie gesagt und alles ändert dort am Chaos vom Kopf geht alles zu diesem Punkt und dann wieder nach oben im Kopf so entstehen die anderen neue Strömung Ordnung entsteht regt dich nicht auf heißt es hey regt dich nicht auf hier hören wir auch ein Teil von Erregung es geschieht die ganze Zeit die Frage ist wie jede Bewegung im Körper im Gehirn hat mit Erregung zu tun Es gibt nichts schlimmeres sage ich mal so als dass man diesen Punkt ignoriert wobei ihr wisst schon auf anderer Seite ist ist keine Ignoranz denn alles geht durch den Sex Organ alles was man tut am Tag jeder noch so kleine Gedanken alles eben man kann nichts ignorieren nur scheinbar auch hier eine Art sowohl als auch du hast manchmal vielleicht Probleme im Kopf und manchmal wird es ganz schlimm es gibt nichts besseres sei in die Erregung präsent dann ändert sich alles sehr schnell du mit dir selbst dann dreht sich sofort der Kopf weniger alles im Kopf dreht sich anders immer Drogen wir sind von alles Wasser ist damit auch eine Art Droge nicht weil es Apennig macht sondern weil wir davon abennig sind alleine schon alles ist Droge und nichts ist Droge Wasser ist flüssiges Licht und wichtig das Licht ist noch versteckt das wirkliche Licht und als Mensch alleine kaum damit zu tun alles ist Gift oder nichts ist Gift die Menge macht das Gift das ist von Paracelsius alles relativ wenn du zum Beispiel zu viel Wasser trinkst in eine kürzere Zeit dann gibt es eine Wasser Vergiftung Droge ist schon das Luft zu atmen wir sind von nichts abhängiger in diese Illusion als das Luft immer mehr Menschen nehmen Pilze und das ist keine Werbung sondern einfach erzählen was das angeht und bitte Leute verständlicherweise ja dass sie suchen nicht dass es das Richtige ist zu suchen sondern es ist verständlich dass sie auf der Suche sind und es ist nicht etwas verkehrtes oder schlimmes jeder macht seinen Job und wie es sein sollte aber auch hier kann man schnell in Verwirrungen kommen viele ja nehmen Pilze und ja erkennen vielleicht ein Teil von ja etwas springt aber eine nicht wirklich weiter erfahrungen auf Pilze sind keine wirkliche erfahrung erfahrungen wenn man nicht aktiviert ist weil nur dann kann man erfahrungen über den weg von der illusion in die wirklichkeit machen sonst geht das nicht ohne das ziel und die erfahrungen können ja noch so nett oder freundlich sein bis zum ja ich habe etwas göttliches gesehen es war göttlich oder es war die Liebe ist doch logisch dass man so ein ja das schönste erfahrung gerade wahrnimmt dass man es als verständlicherweise auch göttlich bezeichnet solange jetzt nicht es um die wirklichkeit geht richtung wirklichkeit um das ziel wenn man darüber lacht dass man unsterblich physisch unsterblich werden kann vielleicht sogar auf andere seite darüber spricht aber glauben oder wissen nicht mal glauben man reden darüber vielleicht aber sie glauben ja selbst nicht an was sie da sagen manchmal und diese nette schöne erfahrungen verpuffen es geht nicht weiter es ist nicht mal auf dem weg und das würde man raushören wenn es so wäre jemand der etwas erkennt der weiß es geht um physische unsterblich keit das sind die zwei worte wo hört man sie wenn man die Ewigkeit wahrnehmen würde oder die Liebe oder was göttliches dann würden sie nicht so reden es hört ja auch nicht nach etwas göttliches an sie sagen zwar vielleicht das kann man nicht sagen es ist schwer ja ja und was soll ich jetzt sagen warum kann ich reden so aber kein Stress weil es ist jeder hat seinen Job darüber später mehr früher oder später und das wiederholt kommt es zum Horrortrips oder Endliches und das kann sein dass man eine Zeit gut ist aber dann kommt es wieder weil die meisten sich da immer im Kreis drehen auch in immer denselben Gefühl für sich selber mein weg mein weg mein leben und dreht sich immer im Kreis ohne das ziel nicht mal ansatzweise zu erkennen sich zu aktivieren dann geschieht es alles nur im kopf gedanken strömungen können sich vielleicht ändern aber nicht viel im körper strömungen können dann keine physische unsterblichkeit wahrnehmen dann kann man auch nicht so reden mit körper arbeiten die wenigsten und die pilze nehmen zum beispiel nicht nur aber auch sie denken auf pilze nehmen oder in ihre meditation dass es auch darum geht astral reisen also weg vom körper und so fragmentiert man sich immer mehr in die psyche ich habe das schon lange hinter mir drogen können helfen nicht heilen nicht befreien ich habe früher ist schon längere zeit hier psychedelica genommen eine zeit dann pause dann wieder eine zeit größere dosis ich habe sie nicht als spaß genommen sondern nur als an mir arbeiten dann wollte ich auf einmal und nicht durch zufall wissen was liebe ist dazu später fliegenpilzen sind was anderes zum beispiel hier kommt keine arbeit hinzu sondern man kann ein bisschen spaß haben in dem sinn dass man sich die arbeit die man sich bis dahin gemacht hat mal sich in ruhe anschauen zu können und das schreibe ich deswegen bevor man denkt du solltest mal fliegenpilze nehmen du kennst sie nicht doch wenn man sich nicht mal ansatzweise klar macht das sind diese illusion keine Liebe existiert bringt alle pilze der welt nichts um zumindest teils weiter kommen zu können erkennen zu können auch alle bücher der welt nicht alles nicht natürlich bringt es jetzt auch nichts nicht dich zu fragen was liebe ist auf die schnelle noch einfacher ist zu erkennen dass du nichts siehst nirgendwo ziel und sinn des lebens hat es jahrzehnten geheißen dabei geht es um das ziel und das ist jetzt auch unser thema kurz so hat vorher jeder nach sinn gesucht und das sind ja vieles ein ziel gibt es nur eins ein kollektives ziel war undenkbar in unsere gehirne wir würden alleine auf sowas nie kommen ich ich habe ich habe ich habe mich gefragt und wollte es warnen und so weiter was ist liebe damit bin ich automatisch Richtung ziel gegangen ohne es zu merken und noch mal weil wichtig warum nicht zusammen ein ziel ohne den plan wären wir nie darauf gekommen dass wir ein gemeinsames ziel schon haben nur nicht bekannt oder kann es sein dass wir doch ein ziel zusammen haben in diese illusion ohne es zu merken ein gemeinsames ziel in diese illusion also über ein ziel in diese illusion kollektiv worüber uns nicht klar ist und ein ziel über was wir kollektiv nicht wissen beides was ist unser ziel in dieser illusion unsere gemeinsame kollektive ziel in dieser illusion ist der tod das ziel ist nicht mehr der tod das ziel ist das wirkliche leben ziel des lebens ist physische unsterblichkeit auf die ewige erde die wirklichkeit die ewigkeit und das in den bevorstehenden konnten sprung das thema leben und es heißt zum leben gehört der tod aber ist das hier das wirkliche leben nein illusion also zum illusion gehört der tod das wäre die richtige formulierung leben ist ein sammelbegriff lebe wesen ist was anderes hat man nur verkürzt welche wesen lebe du wesen du wirst leben absprung was bedeutet am leben zu sein fühlen wir uns wirklich lebendig als menschen null wir gaukeln uns nur was vor das ist keine lebendigkeit bis zum sprung in die wirklichkeit gibt es keine lebendigkeit höchstens teils beim babys es ist für alle schwerste arbeit für ein baby ist noch einfacher ohne programme wie bei menschen sagt sich nicht ich muss irgendwann sterben auch ein tier denkt nicht ich muss irgendwann sterben er sagt sich ich will in bewegung leben für sie ist bewegung leben und sie bewegen sich sehr anders als wir als mensch allein wohlgemerkt wenn du also denkst dass du nur ein sterbender mensch bist und dass das Ziel ist denke daran jede bewegung entscheidest du mit dem todes programm im rücken ohne es zu merken und dann ist es verständlich dass manche so gas geben das system gibt sowieso gas aber ich rede von menschen was sie gas geben und blödsinn machen um nichts verpassen zu können zu müssen was sie so denken ist ist doch klar dass man gas gibt und blödsinn macht wenn sie irgendwie wissen dass nichts danach gibt das sind ja nicht dummer als die spirituellen die von etwas von leben nach tot hoffen ich zitiere dir als hilfe für dich ein satz von wikipedia weil besser ist wenn du das alles nicht nur von mir hörst sondern auch von woanders ein bisschen zumindest die apoptose ist eine vor des programmierten zell tot weiter geht's es ist ein suizidprogramm einzelner biologischen zellen klingt das nach leben und ich möchte nochmal zurück zu kommen von den menschen die so gas geben irgendwie verständlicher weise wo manche von uns denken der oder die oder der muss doch leichen im keller haben ja also wir haben alle leichen im keller oder keine von uns ein mörder zum beispiel wir tun so als ob der enige der durch den mörder gestorben ist ohne den mörder ewig leben würde und falls ich brutal kringel brutal ist der tod erstens also was heißt leichen im keller wenn hinter jeder bewegung auch wenn noch in sein großer chaos etwas steckt und in ordnung kommt steckt so viel drin so viel mehr als es den anschein hat hat eine ameise ist auch bewegung ameise zu töten wenn man einfach auf die straße geht ist unvermeidbar aber in diese illusion töten wir ständig also haben wir alle leichen im keller oder keiner transgendar im falschen körper sein als maun oder frau aber in jeder von uns steckt beide pole drin wenn sie das gewusst hätten es ist nicht der falsche körper sondern nicht der ganze körper nur der noch sterbliche körper noch aber auch in diese körper sind beide pole drin auch wenn etwas versteckt wenn menschen sich umbringen keiner sagt sagt werden sie merken dass sie sterben und es kein zurück mehr gibt bin ich froh dass ich sterbe im gegenteil sie sagen sich was habe ich gemacht oh nein keiner will sterben wenn es ältere menschen sind dann gibt es eine scheinbare akzeptanz das ist nicht einfach das ist eine scheinbare es gibt auch mal wieder nur auf deutsch natürlich diese besonderen sätze sprüche man sieht sich zweimal im leben woher kommt diesen spruch und warum gerade zweimal zweimal das erste mal war es bevor wir mit die simulation gestartet haben vor dem start da haben wir uns alle gesehen das zweite mal wird es im sprung sein wenn wir uns alle daran erinnern und wir uns alle gleichzeitig anschauen können nicht gleich im sprung aber später das wirkliche leben hat keinen anfang kein ende es ist ewig das ewige leben ist in anderen strichen jenseits der polarität menschliche geburt und tod nicht in jenseits was die spiritualität meint ewige leben gehört auch die körperlich physische und sterblichkeit karma gibt es nicht es ist ein film wo man nichts falsches machen kann wo dann sozusagen die rechnung zurück kommt alles blödsinn in der spiritualität fast alles 99,9% klingt ja auch wie religion ja keine sünden sonst wirst du bestraft ich dachte jesus hat alle sünden auf sich zugenommen man kann ja doch sünden aber die religion sagt was anderes und jeder sagt was anderes jetzt reden wir ein wenig über die Zyklen und das Ziel der Ursprung und aus diesem Punkt haben sich zwei Pole abgetrennt nach Plan kein Zufall und diese Energie haben sich verselbstständigt sind jetzt über fünf Zyklen gegangen durch erstens Mu zweitens Lemurien drittens Atlantis viertens Eden und der fünfte ist der jetzige menschliche Zyklus und der Start ging schon zumindest etwas in Richtung göttlich und danach nach nach plan immer weniger göttlich bis zum fünften Zyklus und im fünften Zyklus haben wir alles vergessen noch mal in dem fünften Zyklus der jetzigen haben wir alles vergessen nach Plan wir haben den Plan vergessen nach Plan wir haben vergessen um was es wirklich geht Tiere haben nicht alles vergessen in ihren Augen gibt es eine Art sehr süße Öffnung da drinnen könnte man aus flippen das große Ich dein große Ich von anderen Zyklen die existieren jetzt gleichzeitig in das größere Jetzt in den kleineren Jetzt gibt es das kleine Ich das eigene Wesen in dir ist dir näher als dein eigenes Atmen das Jahr meisten sehr unordentlich damit umgehen so dass sie denken dass sie nicht selbst sind weil unangenehm Es ist bei jedem so am Anfang. Es ist unangenehm, man es so lange ignoriert hat. Aber ein freundliches Hallo ohne Erwartung wäre schon mal ein Anfang. Aber besser zu kontrollieren, die Energie kontrollieren in sein eigenes System ist Abganzwerdung Körper und Psyche. Du kommunizierst immer mit deinen eigenen Spiegel, reflektierst ständig und es kommt alles zu dir zurück. Nur damit musst du zurechtkommen. Es ist deins. Nicht die Politik. Damit musst du nicht zurechtkommen. Du weißt doch, dass alles Schrott ist und schon lange nicht mehr zum Retten. Die angebliche fünfte Dimension ist das fünfte Zyklus. Die angeblichen fünf Dimensionen ist vom System in die Spiritualität sozusagen eingeschmuggelt worden. Dass die Leute nach Höherem suchen, immer höher und höher und weiter und nicht beim sich selbst anfangen. Das war zumindest früher so. Heute will sogar das System, dass du bei dir anfängst. Seit ein paar Jahren erst. Es geht zurück und nicht nach vorne in die nächste Geschichte. Es gibt eine Art vielleicht Raumdimension oder Zeitdimension. Aber nicht diese angebliche fünf Dimensionen oder sogar. Ja. Zurück in die Zukunft. Der Film. Wir springen durch alle fünf Zyklen zurück bis zurück zur Quelle. Ursprung und Sprung. Also Quantensprung. Das ist der Springer nach vorne und zurück. Die einen sind wir. Egal ob in diese oder die anderen Zyklen. Also alle Zyklen. Alle gestorbenen werden wieder leben. Wieder da sein und dann auch wirklich und nicht nur scheinbar. Alle diese Momente kommen zurück. Aber auch gleichzeitig in Ordnung. Alle gestorbenen werden dann auch wirklich leben. Im Bibel heißt es Auferstehung. Jeder bekommt im Sprung ein Quantencomputer, bevor es göttlich wird. Das System hat eine Zeit, Werbung gemacht, dass ein Quantencomputer alle unsere Probleme lösen kann. Heute sagen sie es gibt kein wirkliches Quantencomputer, den wir bauen können. Kaum angefangen und schon geben sie zu, dass es unmöglich ist. Das ist. Sie haben nur schon gemacht. Es gibt ein Quantencomputer, aber nicht so billig. Ja, wir springen zurück zur Quelle. Es ist Inkarnation finale. Es wird nicht weiter Chaos erschaffen, sondern beendet durch ein Quantensprung. Unterschiedliche Menschen draußen, die ich nicht kenne, aber ich weiß es. Und ob sie in Ganzwerdung sind oder nicht oder normal oder 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 oder. Sie haben immer mehr mit Schwindeln zu tun. Und wenn man sich fragt, oh ja, was habe ich denn? Das ist nicht gut. Du hast nichts, was das angeht. Und wenn du richtig damit umgehst, dann kann es aus einem unangenehmen Schwindel ein angenehmes Schwindel werden. Der Matrix bröckelt immer mehr. Die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was wirklich ist. Ausrische und so weiter gibt es nicht. Und es ist ein einziger Universum. Es ist das Universum. Was wir kollektiv wahrnehmen, ist die Natur, nicht die Wirklichkeit. Die Natur, die Erde ist ein Teil der Wirklichkeit. Allerdings wird dieser Teil sehr, sehr verzerrt wahrgenommen. Kann man etwas besitzen in die Wirklichkeit? Oder was kann man da überhaupt machen? Wir suchen immer nach etwas machen oder machen zu müssen. Aber das ist nicht göttlich, sondern Sklaverei. Nichts dagegen, aber es geht halt zu Ende. Und wir haben nichts dagegen. Göttlicher Zustand, Präsenz ist keine Arbeit oder was machen müssen. Du musst sogar nicht mal mehr sterben und sogar ab jetzt in diese Illusion. Du willst etwas Ähnliches wie diese Illusion bauen wir hier? Das geht als Beispiel. Und wenn die Wirklichkeit dann da ist, kannst du dann in Sekunden dir einen Palast bauen, in Sekunden visualisieren, das ist ein spirituelles Blablabla. Wie soll etwas, was göttlich ist, in ein Haus reinpassen? Was ist eine Funke? Was ist eine göttliche Funke? Die Wirklichkeit ist aus einer Art göttliche Kristalline, hat göttliche Kristalline Eigenschaften. Das kann man schon so sagen. Aber nicht diese Kristalline hier, aus dieser Illusion. Ja, Kristalline, Kristall, Christ. Davon kommt ja auch, ja, die Jesus und Christus Geschichte. Jetzt hat auf jeden Fall viel damit zu tun. Jetzt reden wir über Thema Quantensprung und Vorstellungen über Sprung. Ein Quantencomputer bedeutet Ordnung im Gehirn, Spüren, Fühlen und das neue Denken verschmelzen zusammen. Danach geht es in die göttliche Ordnung. Das heißt zum Beispiel, du hast dann kein Quantencomputer in deine menschliche Vorstellung, sondern es ist ein göttliches Gehirn. Also, es ist erstens göttlich. Quantencomputer, Abneigung gegen Technik, ist verständlich in diese Illusion. Was? Quantencomputer? Dann bin ich ein Roboter. Das sagst du vielleicht. Ich sage das nicht. Hier geht es nicht um diese billige Technik, sondern die göttliche Technik. Einfacher für Gehirn, göttliche Energie. Es wird dieselbe göttliche Energie wie der Rest von dir in deinem eigenen Universum. Jeder wird dasselbe göttliche Universum. Es gibt auch Abneigung gegen die Menschen. Und das haben sie fast alle. Und das ist auch verständlich. Denn zu sehen, zu was der Mensch fähig ist, das ist tiefer, als es den Anschein hat. Wenn ein Mensch denkt, ich hasse den Mann. Das geht nicht an dir vorbei, obwohl du die beiden gar nicht kennst. Es hat immer eine Wirkung auf dich, was andere denken, die du nicht einmal kennst. Im Sprung, wenn du aber alles sehen und erkennen kannst, wie deine neue Psyche, Quantencomputer, dann siehst du alles anders, weil du dann von anderer Perspektive dir das Ganze anschauen kannst. Wir springen alle zurück, alle Momenten, von jedem Mensch, von jeder Bewegung, jeder Tier. Nichts ist weg. Sie liegen nur in die Vergangenheit. Und im Chaos noch existieren nicht wirklich ohne Ordnung. Also ist alles da, wenn wir zurückspringen. Erst dann wirst du von der richtigen Perspektive erkennen, dass es ein Film war. Keiner was dafür kann. Dazu kommt, dass jeder mal ein Baby war. Unschuldig. 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 Unschuldig." Das wirst du alles erkennen. Hier gibt es keine Abneigung mehr. Da gibt es keine Abneigung mehr. Angst vor der Angst ist der Tod. Keiner hat Angst. Von Sprung selber. Nur scheinbar. Das wirst du alles erkennen. Nichts wird verschwinden. Nur der Chaos kommt in Ordnung. Und nicht nur das. Offen werden. Loslassen bedeutet automatisch offen werden. Loslassen, was man denkt. Was man glaubt. Man muss sich nicht gleich für etwas entscheiden. Ob so oder so oder so. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ist auch ein bekannter Spruch. Eine Art von Loslassen kennen wir. Aber übersehen es. Beim Einschlafen. Das wird etwas unterschätzt. Beim Einschlafen lässt man los von Gedanken. Sonst könnte man gar nicht einschlafen. Körper und Gehirn wird müde. Und dann kann das Gehirn auch loslassen. Das ist eine Art Loslassen. Wenn du es nicht einfach hattest in diese dunkle Zeitalter und Neugeburt. Überlege mal, was du überhört hast. Was ist das Wesentliche an das Gefühl, wenn man richtig atmet? Das ist ja nicht zu vergessen. Die meisten haben das überhört. Ich sage zum Beispiel auch, nimm ein angenehmes Gefühl. Ich sage nicht, nimm dein eigenes Gefühl. Denn so drehst du immer wieder an diesem, deinen Teil bekanntes Gefühl und kann kein anderen Teil dazu kommen. Das, was du verloren hast an Gefühlsordnung. Das, was in das Kollektive versteckt ist. Also Offenheit mit Süße dabei. Gerade, wenn man richtig atmet. Die Quelle. Die Wirklichkeit. Die ganze Liebe. Aber wir können speziell einfach nur diese Worte nehmen. Quelle. Es gibt Wasserquelle, Energiequelle, Lichtquelle, Informationsquelle. Das sind die scheinbaren Quellen. Alles hat eine Quelle. Sogar in dieser Illusion. Und hinter all diesen scheinbaren Quellen steckt das wirkliche Quellen. Was in jedem von uns versteckt ist. Es ist versteckt oder mehr oder weniger begraben. Jeder ist mit einer aktivierten Quellen auf die Welt gekommen. Jeder Baby. Sie sind ziemlich rein, die Babys. Babys finden wir süß, wenn sie so klein sind. Und nichts wissen. Angeblich. Aber das wirkt sich schon süß. Angeblich nichts wissen. Und wir später sie was beibringen. Sie wissen nicht, was Politik ist. Was die schwere Schule heutzutage ist. Muss keine Miete zahlen. Hat kein Todesprogramm als Ziel des Lebens im Kopf. Und wir denken, sie wissen nichts. Das ist kein Vorwurf oder Unterstellung. Das ist nur eine Meinung. Man darf nicht vergessen, dass das hier ein geplanter Film ist. Kein Kind kann tatsächlich behütet aufwachsen. Höchstens ein Teil und das auch nur seinbar. Keine Mutter oder Vater wünscht sich in Wirklichkeit den Tod für Kinder. Es akzeptiert nur mit der Zeit, weil sie gezwungen werden. Also die wirkliche Quelle ist die Quelle. Oder die Quelle der Liebe. Zurück zur Quelle. Thema Liebe. Liebe ist nicht, was ein Denkapparat darüber denkt. Liebe ist zum Beispiel das, was wir als Menschen allein nicht kennen und erfassen können in dieser Illusion, solange die Illusion. Wer denkt zu kennen, kann gleichzeitig nicht offen werden. Die Funke Liebe. Die Liebe ist Liebe. Liebe ist auch ewig. Etwas, was stirbt, ist keine Liebe. Kein Leben. Kein wirkliches Leben. Liebe ist ständig präsent. Und auf ewig. Verpufft nicht. Verpufft nicht wie in diese Illusion. Die Liebe haben wir durch die fünf Zyklen und besonders in diese Zyklus fragmentiert. Ob die Energie oder was anderes, aber auch in Worte. Denn in Wirklichkeit kann man die Liebe nicht fragmentieren. Außer es ist ein Film. Worte wie Wirklichkeit und Stäblichkeit, Neugeburt, Ewigkeit, Ganzzeit. Das sind die größeren Worte und die kleineren Worte, wie nett oder nicht nett. Zum Beispiel. In diese Fragmentierung kann die Liebe etwas angenehm sein. Etwas schön. Oder das oder jenes. Aber erstens ist sie süß. Süß. Die Funke Liebe in dir, in die Quelle, kann sich ab Ganzwertung, also Heilung entfalten. Und ganz entfalten erst im Sprung. Und wenn das Eko sagt, wie kann sie das behaupten, dass ich keine Ahnung habe von Liebe? Das ist mir zu blöd. Wir werden so froh darüber sein, mild ausgedrückt, dass wir keine Ahnung hatten von Liebe. Weil das Schönste kommt noch. Umso mehr man sich sagt, dass man keine Ahnung hat, umso offener wird man für die Süße der Liebe. Ja, ich rede leise, weil ich so rede und wenn ich lauter reden würde, dann würde ich mich verstellen. Und noch was, du kennst mich vielleicht noch nicht, aber später werde ich darüber reden. Ich bin die Mihaela, schonmal ein Hallo an dich. Ja, jetzt kommt das Thema Atmen. Über Timmungsdrüse haben wir schonmal gesprochen, auch in anderen Videos. Ist das, was füllt, das Organ, was füllt, was sich auch mit der Zeit immer mehr deaktiviert. Und es aktiviert sich automatisch durch Ganzwertung, also Heilung. Dazu gehört zum Beispiel das richtige Atmen. Dadurch wiederum aktiviert sich deine eigene Quelle in dir selbst. Über Atmen habe ich aber schon was gesagt in meinem ersten Videoteil, ab Stunde 47 Minuten. Das ist dann auch die ganze Aktivierung. Hier rede ich nur kurz davon. Aber so viel dazu. Dazu gibt es eine Technik, die nicht so schnell erkannt wird. Die Technik ist kurz gesagt, dass du das Gefühl nicht mehr nach außen schleuderst, sondern es in deinem Körper hältst und weiter in deinem Körper steuerst. Und mit ein wenig Übung mehrst du dann den Unterschied, wenn du die Technik nicht benutzt. Das ist nicht alles. Also die Aktivierung anschauen in meinem ersten Teil. Ganzwertung, Heilung, das richtige Atmen führt automatisch zur Aktivierung der eigene Quelle. Es gibt kein Vergleich im Internet. Warum ich das sage? Weil das dir was sagen wird, vieles, wenn du es sehen willst. Es gibt sehr viele Atemübungen im Internet. Kein Füllen, keine Arbeit vom sich mit dem Körper zusammen. Keine Aktivierung der eigene Quelle in sich. Denn das passiert automatisch, wenn man richtig atmet. Dann entsteht automatisch auch Ordnung. Atemprobleme sind die auffälligsten und häufigsten Symptome beim Lungenprobleme. Da der Gasaustausch, das was wir denken, die Lunge erheblich stört. Atemnot, Kurzatmigkeit vor allem bei Belastung, Atmungsstörungen im Schlaf. Einen kleinen Quantenraum ist in der Lunge Luft, wo der Gasaustausch stattfindet. Versteckte Atemprobleme ist im Prinzip der Hauptgrund, warum man irgendeine Krankheit bekommt. Natürlich mit dem Todesprogramm im Rücken und so Atmen. Atmet dann als Mensch. Ohne Ganzwerdung. Vergess das Süße nicht beim Atmen. Die süße Öffnung. Nochmal, in deinem Atmen ist alles drin, von Chaos bis zur Ordnung. Alles was du denkst, fühlst, bildet die Gedanken, Strömmen und Körperströmungen. Eine kleine oder Teilsordnung gibt es immer wieder in dein Atmen. Auch wenn es nach einer Zeit verpufft. Ein Teil der Ordnung ist auch das, was du als Kind gefühlt hast. Und das ist nicht weg. Es ist nur versteckt. Richtig Atmen bedeutet, dass die Thymusdrüse sich aktiviert, automatisch durch das richtige Atmen. Dadurch wiederum aktiviert sich auch automatisch deine eigene Quelle in dir selbst. Erkenne zumindest, dass hinter Atmen mehr steckt. Wenn es immer nicht gut geht, dann heißt es jetzt Atme mal durch. Die unsterbliche Kunst kann nur durch Ganzwerdung erreicht werden. Das dann zum vollständigen Innenwerden des gegenwärtigen Augenblicks oder des Momentes führt. Bei der richtigen Atmung, die Technik, wie du anders fühlen kannst, von deinem Verständnis mehr. Aber es geht um anders. Sorgt dafür, dass du das Gefühl Ordnung nicht mehr nach außen schleuderst. Und du es dann auch durch den Körper behalten und steuern kannst. Alles, was an Neues reinkommt, an Gefühl, kommt von außen, ohne dass du merkst, wenn du es zulässt. Was du im Aussehen in das Kollektive verloren hast, ohne dass du merkst. Das bedeutet aber zum Beispiel nicht, dass du dir sagen musst, ich will oder ich muss alle Menschen lieben und akzeptieren oder ähnliches. Was bedeutet von vornherein eine Bewegung zu akzeptieren? Weil meistens heißt es, wir müssen was verändern. Am besten alles, dann wird alles besser. Und wenn man genau hinhört, ich rede hier nicht von Ordnung, etwas in Ordnung bringen oder verändern, sondern von Ordnung wahrnehmen. Weil in was willst du es verändern? In ein besseres Gefühl? Ist das, was du willst? Und was wäre das? So kann man Ordnung nicht wahrnehmen. Ordnung wahrnehmen bedeutet Akzeptanz und nicht nach seinen Vorstellungen verändern wollen. Jede Bewegung hat ihre Berechtigung, also ein Grund. Es gibt Teil Ordnung. Es gibt Teil Ordnung. Es gibt die ganze Ordnung und die göttliche Ordnung. Die ganze Ordnung wahrnehmen bedeutet, jede Bewegung in dieser Illusion wahrnehmen, ohne es zu bewerten, verändern zu wollen, jede noch so kleine Bewegung. Und das alles auf einmal, also gleichzeitig. Nur über die Ordnung geht es in die ganze Ordnung und dann in die göttliche Ordnung im Sprung. Als Mensch ohne Ziel sind wir gegen jede Bewegung ohne es zu merken. Und das ist mehr als verständlich, denn das Todesprogramm wirkt. Keiner will so ein Ziel. Und dennoch ist das unser kollektives Ziel, der Tod. Eine Bewegung von vornherein zu akzeptieren, bedeutet es nicht zu bewerten. Umso weniger Bewertung, umso mehr Ordnung kann wahrgenommen werden. Etwas, was süß ist, zum Beispiel, will man am wenigsten verändern. Und es geht also beim Atmen auch nicht darum, dass immer mehr Gefühl da ist, intensiv und so weiter. Es geht um eine bestimmte Ordnung. Das kann auch mit einer anderen Art von Gefühl haben, ja. Aber es geht ja nicht um immer mehr, mehr Gefühl oder intensiv. Egal welche Ordnung, die ist nicht veränderbar. Da jede Bewegung, diese Chaos, ihre Berechtigung haben in dem Moment. Umso weniger du es verändern willst, umso mehr Ordnung kann wahrgenommen werden. Im Sprung wird deshalb alles still stehen erst mal. Da in dem Moment jede Bewegung akzeptiert und wahrgenommen wird von mir und das Männliche. Dazu später mehr. Ordnung warnen, heißt ja, hat ja auch mit Durchgehen zu tun, mit Passieren. Nochmal. Es heißt, atme mal richtig durch, wenn was ist. Auch ein Notarzt sagt das. Und Durchatmen hat erstens mit Kollektives zu tun. Denn die kollektive Psyche ist auch größer als die individuelle. Es ist mehr Chaos, mehr Information. Deshalb größer auch. Und wenn wir gegen jemanden was haben, dann kann man nicht durchatmen. Das bedeutet aber nicht, dass du alle Menschen mögen musst, um Ordnung wahrnehmen zu können. Eine Katze oder ein Hund ist auch kollektiv. Hast du einen Hund oder eine Katze? Wenn du deinen Hund oder deine Katze anschaust, da geht vom Tier ein Blick, eine Präsenz aus. Richtung dir meine ich. Von dir zu dir. Wo fast kein Blatt dazwischen euch zwei steht. Deshalb sind die Blicke so süß. Weil man es auch nicht verändern möchte. Und sie können sehr tief gehen. In solchen Momenten atmest du schon. In Richtung richtig Atmen. Es ist sehr unscheinbar, wie dieser Moment entsteht. Wie habe ich das gemacht? Oh. So einfach war das. Und ja, es verpufft zwar danach. Aber es ist nicht ganz weg. Keine Bewegung ist weg. Aber in den nächsten Momenten ist es weg. Es verpufft ohne Ganzwerdung. Leben tun sie sozusagen immer mehr, wenn die Strömungen im Kopf und Körper immer ordentlicher, präsenter fließen. Im Sprung wird kein Blatt mehr dazwischen stehen. In anderen Stationen. Wenn keine Katze. Das ist am einfachsten. Oder Hund. Dann ein Mensch. Oder ein Kind. Oder deine Mutter. Vater. Oder wenn du einkaufen bist. Egal welche Station. Das geht. Dass man all diese Momenten dazwischen immer wieder mal ausnützt. Beobachten. Nicht bewerten. Den Moment akzeptieren. Eine süße, offene Wahrnehmung. Wir atmen mit einer Selbstverständlichkeit. Es geht von allein. Das denken wir als Menschen. Das hat aber nichts mit wirklicher Selbstverständlichkeit zu tun. Nur Fake Selbstverständlichkeit. Dass wir allein als Menschen sterblich sind. Und wir den Tod für selbstverständlich gesehen haben. Das ist keine wirkliche Selbstverständlichkeit. Das ewige Leben ist mehr als selbstverständlich. Ja. Und wir sind immer noch beim Thema Atmen. Und als Beispiel. Es ist nicht verkehrt oder schlimm. Wenn man an eine Selle glaubt. Wenn es dir damit den Umständen entsprechend okay geht. Doch zum Beispiel. Es gibt immer mehr Menschen. Die immer schlechter Atmen. Immer schlechter Schlafen. Und, und, und. Die Krankheiten werden immer aggressiver. Und, und, und. Und wenn es dir nicht gut geht. Dann am besten was verändern. Richtig Atmen. Eventuell vielleicht auch loslassen von der Idee. Dass du erst nach Tod etwas erreichen kannst. Oder wirst. Denn das kann generell nicht gut gehen. Besonders für Körper. Und dann steckt es tief drin in den Körper. Strömungen, die du. Ja. Damit zuerst mal in den Kopf anfangen musst. Sonst kann sich die Strömungen im Körper nicht verändern. Andere Information. Andere Form. Meistens das ist Chaos und keine Vor. Und ich sage ja auch nicht, dass du mir glauben solltest. Höchstens, dass du aufhören sollst zu glauben. Am besten alles in Frage stellst. Und das indem du mal loslässt. Und mal richtig durchatmest. Wir waren als Menschen alle Gläubige. Ohne Ausnahme. Schluss damit. Okay. Hier geht es nicht um Glauben. Was du auf deine Psyche und Körper erfahren kannst. Das ist dann das neue Wissen für dich. Auf was du aufbauen kannst. Auf Psyche alleine sollte man nicht vertrauen. Aber auf das neue zwischen Körper und Psyche aufbauen. Das ist das, was ich im Prinzip sage. Das ist kein Zwerbung. Das ist richtig Atmen. Und was ich sonst noch sage. Ohne Aktivierung des richtigen Atmen kannst du auch kaum beurteilen oder erkennen. Du weißt, dass was kommt. Es kommt immer was. Und alles spitzt sich zu. Das kann heute keiner mehr übersehen. Niemand muss sich aktivieren. Wer nicht ist, wird den Sprung automatisch aktiviert. Und das hört sich für manche, die irgendwas unter ihrer Kontrolle behalten möchte. Das hört sich nach, ja, nach einem gewissen Zwang an. Was allerdings nicht ist. Es ist nur eine scheinbar aus menschlichem Verständnis. Verständnis. Es ist das, was du und dein großes Ich, dein Wesen wirklich will. Nichts anderes. Wenn du aktiviert bist, musst du dann auch nicht ständig richtig atmen. Das geht ja sowieso nicht bis Sprung. Ich sage nur und immer wieder, wenn es dir nicht gut geht, dann richtig atmen. Wenn es dir selbst schlecht geht, in manchen Situationen, dann vergiss dabei gerade dann die Erregung nicht. Positiv, negativ, Gefühle, Emotionen. Ja, wie es so in Spiritualität heißt, denke positiv. Denke positiv, vielleicht nicht nur in Spiritualität. Ja, aber dort ist so viel mit Licht und Liebe schon angeblich in dieser Illusion. Denke positiv. Als ob das noch gehen würde in diesem Chaos ohne Ziel. Damit kann man sich nur noch schwer machen, als es eh schon ist für alle. Ich habe es zum Beispiel sehr schwer und sehr einfach gleichzeitig. Positiv, positiv, bla bla bla. Fang an dich selbst zu leben, bla bla bla. Wie viele haben angeblich schon getan und versucht und erreicht und dann doch nicht. In welche Bekannte von Spiritualität und auf einmal waren sie tot. Man kann sich nicht wirklich lieben für das, was man hier in dieser Realität Illusion ist. Sondern für das, was man wird. Die Wirklichkeit. Die ganze Liebe. Göttlich. Positiv denken, bla bla bla. Glücklich sein. Glück kommt von der Lücke. Wenn jemand stirbt, dann heißt es, hat eine große Lücke in uns hinterlassen. Und kollektiv und auch individuell als Menschen haben wir alle Löcher in uns. Die Spirituellen meditieren gerne. Meditieren bedeutet, über den Tag Quatsch zu machen. Keine Präsenzrichtung, keine Ahnung über das Ziel. Und dann am Abend, wenn man mal Zeit hat oder auch nicht, versuchen in einer Stündchen Meditation alles wieder in Ordnung zu bringen. Nicht, dass sie sich das sagen. Jetzt bringe ich was in Ordnung. Weil das Wort Ordnung kam nicht vor. Die spirituelle Welt sprach nie über Ordnung erst seit es meine Webseite und Video gibt. Und das ist auch in Ordnung so. Ich bin ja froh. Aber die Sachen werden halt verdreht, wie sie es brauchen. Und nicht einfach richtig weitergegeben. Spiritualität oder nicht. Es gibt also eine bestimmte Ordnung, die nicht zu verändern ist. Das ist sehr wichtig. Das ist die Ordnung, die wir brauchen als Sprungbrett sozusagen in die Wirklichkeit. Im Sprung. Dann in die Wirklichkeit. Die richtige Haltung kommt immer mehr in Ordnung, wenn man richtig atmet. Richtig atmen ohne Ziel zu denken, ich muss irgendwann sterben. Das bringt nichts. Gar nichts. Was bedeutet, in Ganzwertung zu sein? Und wer ist tatsächlich aktiviert? Das fragen sich manche. Habe ich mich richtig aktiviert? Bin ich überhaupt aktiviert? Und diejenigen, die sich aktiviert haben, wissen sozusagen, dass man diese Frage nicht einfach mal so beantworten kann. So pauschal sozusagen. Du hast es schwer. Du hast es aber auch einfach. Das ist ein Zeichen. Ein Indiz sozusagen. Ich kann dir schon mal sagen. Ich kann dir schon mal sagen, was Ganzwertung nicht bedeutet. Dass du eventuell glaubst, doch vielleicht, vielleicht sterben zu müssen. Ganzwertung bedeutet auch nicht, dass du mir glauben solltest oder musst. Eben weil du selber auf deine eigene Psyche und Körper erkennen kannst, ob es ein Ziel gibt. Das System sagt es dir sogar. Ganzwertung bedeutet nicht gesund ernähren. Außer deinem Körper muss, du willst. Ganzwertung bedeutet nicht, dass man versuchen möchte, nur mit Liebe Sex zu machen. Weil das geht sowieso nicht. Es soll schon auch ziemlich menschlich sein in Ganzwertung. Zum Beispiel, ich wirke manchmal sehr normal von außen. Ich esse wie ein Mensch und brauche das auch bis zum Sprung. Mal mehr, mal weniger. Ich bin immer zu Hause und selten mal einen kleinen Spaziergang. Ich putze selber meine Toilette gerne. Gerade diese große menschliche, größere menschliche Dinge gehören einfach dazu. Ganzwertung bedeutet nicht, dass du mal nicht ein Bier trinken kannst. Gerade wenn du mal gerne ab und zu mal Alkohol getrunken hast. Dass du dich nicht bremst. Trinke mal eine. Auch dort sogar kannst du etwas zurückholen. Ordnung wahrnehmen dadurch. Weil das Gehirn auch einfach anders arbeitet. Wenn du in Ganzwertung bist. Wenn du in Ganzwertung bist. Und dann wiederholst du etwas von früher. Eine ähnliche Bewegung im Kopf. Aber jetzt bist du in Ganzwertung. Auf jeden Fall dich zumindest nicht zu sehr bremsen. In irgendwas. Ganzwertung bedeutet auch nicht, dass man aufhören muss Fleisch zu essen. Mach dir da keinen Stress. Dran ist, was dran ist. Lass keinen großen Zwang entstehen. Und wir werden ja später nochmal über ein paar Themen sprechen. Ein bisschen kürzer. Aber um die besser zu verstehen. Muss ich zuerst über mich etwas erzählen. Und jetzt geht es an das Thema über mich. Ja, mein Name ist Mihaela. Und ich muss zu anfangen, bevor es zu große Missverständnisse entstehen. Die göttliche Sprache kommt. Gehirn fühlen, spüren, werden, zusammen verschmelzen im Sprung beim Allem. Missverständnisse entstehen immer und automatisch ohne die göttliche Sprache. Und das ist auch die einzige Sprache, die keiner mehr missbrauchen kann. Ich bin ein Ausländer, in anderen Strichen sozusagen. Ausländer. Ich bin ein Ausländer, der kein perfektes Deutsch kann. Seit lange das einfache Deutsch kenne ich seit über 30 Jahren. Und auf der anderen Seite kann ich besser Deutsch als jeder andere Deutsche. Und ich rede hier von einer Parallelsprache zu der Deutsch normalen Sprache. Wenn man anfängt, anders zu denken, dann kann dir die Sprache sehr viel sagen. Ich habe seit 25 Jahren mehr die deutsche Sprache auf die Zunge als meine Muttersprache. Sie ist sehr weit entfernt, weil ich schon als sehr Jugendliche hier gekommen bin, mit 13. Also wo meine Muttersprache nicht einmal, ja, ja, sich, ich sage mal so, ganz blöd entfaltet hat. Also, ja, eine Kindliche. Und dann bin ich auf Deutsch gesprungen, sozusagen. Ich kann Deutsch, ein primitives Deutsch, auch wenn ich so mit Deutsch spreche. In manchen komplizierten, sinnlosen Bereichen habe ich früher vor 20, ja, 30 Jahren nichts verstanden. Und später hat mir diesen komplizierten, sinnlosen Bereich auch nicht mehr interessiert. Erwarte also nicht, dass ich in dieser Sprache perfekt bin in deinem Verständnis. Für mich ist nicht leicht, dieses Video zu machen. Auch wenn es nicht danach klingt und ich normal wirke. Und das ist auch so. Ich kann auch sehr normal wirken. Und wirke auch normal, wenn es sein sollte. Sonst würde ich dieses Video nicht machen können. Doch es sollte so sein. Erwarte auch nicht, dass ich hier über alles reden kann. Alles ist alles. Es geht um alles. Alles ist die Wirklichkeit. Das, was auf uns alle zukommt. Über alles, was ich jetzt gesprochen habe oder noch sprechen werde. Ich habe zum Beispiel nie nach physischer Unsterblichkeit gesucht. Ich habe nicht nach Ewigkeit gesucht. Wer sucht, findet nichts. Und später mehr über das Thema Suche oder Suchen. Ich habe also nichts gesucht. Nicht gesucht. Und ich rede hier nicht natürlich unbedingt von meinem Anfangsweg mit Spiritualität. Weil da ist man immer auf der Suche. Sondern später, wo ich nicht mehr gesucht habe. Ich merkte generell, aber auch in Spiritualität, dass viel bla 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 ist. Und ich merkte aber auch, dass mit dieser Liebe etwas nicht stimmt. Ich sehe keine wirkliche Liebe. Und dass das, was ich in dieser Welt sehe als angebliche Liebe, dass das nicht sein kann. Das zumindest nicht alles sein kann. Dass das nicht Liebe sein kann. Dadurch hat sich in mir eine Frage geformt. Was ist Liebe? Und ich merkte nach einer Zeit und auch später, dass sich niemand das fragt. Die Frage überhaupt, was ist Liebe wirklich, das hat bei mir alles ins Rollen gebracht. Noch mal, als ich nirgendwo Liebe erkennen konnte. Liebe, was auch ist, was auch bleibt. Hat sich die Frage in mir geformt. Und 2015, ich war sehr viel im Internet unterwegs und habe nichts gesehen. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Die Frage kam so komisch rüber. Heute wird da etwas gefragt, auch wenn nicht so wie ich damals, darüber später mehr. Heute wird das gefragt, weil die Frage auf einmal, und das erst seit ein paar Jahren, immer mehr im Raum steht. Früher hat es geheißen, ja, Liebe, das hat mit Mann und Frau zu tun. Und seit einer Zeit, ja, Liebe kann auch was anderes sein als nur zwischen Mann und Frau. Es reicht, dass einer von uns die Antwort auf die Frage bekommen hat. Es ist so geplant. Und das bedeutet gleichzeitig, wer sich die Frage stellt, macht sich nicht einfach. Einfacher wäre zu erkennen, dass man keine Liebe sieht, spürt, fühlt. Ich sage nicht, dass dies einfach ist zu erkennen. Ich sage, dass du die Frage nicht stellen kannst, wenn du gleichzeitig denkst, dass du Liebe siehst. Und du musst ja nicht mal. Du musst nicht. Es ist vielleicht auch nicht dein Job. Es ist nicht dein Job. Mach dir da keinen Stress, dass du etwas Bestimmtes erkennen musst, oder dass du etwas verpasst. Jeder hat seinen Job in dieser Illusion. Putin, Merkel, Macron und so weiter, die wissen ja alle, dass sie in dieser Illusion keine Liebe sehen. Und es auch nicht darum geht, dass sie das sehen. Erst im Sprung. Ja und manchmal muss ich vom Thema etwas abzweigen. Aber ich komme zurück zum Thema. Und das Thema ist ja über mich. Also es kam in mir die Frage immer mehr und tiefer. Was ist Liebe? Das ging schnell. Und damit bin ich automatisch Richtung Ziel gegangen, ohne es zu merken. Richtung Ziel, ohne es zu merken. Dabei hatte ich keine Ahnung von das Ziel. Etwas später merkte ich, dass ich auch energetisch, dass ich die Einzige unterwegs bin, in diese bestimmte Richtung. Und sowas merkst, wenn es wirklich so ist. Man würde nie zum Beispiel auf die Frage kommen, ob ich jetzt in eine tiefe Warnung die Einzige bin, die zum ersten Mal unterwegs ist und da durchgeht. Man kommt auf vieles nicht, außer es ist so. Ich merkte, dass etwas auf mich zukommt. Ständig. Jede Minute. Egal in welcher Situation. Jeden Tag. Schon hier war die Präsenz unbeschreiblich. Kein Vergleich mit anderen Erfahrungen. Nicht mal ansatzweise. Es kam aus alle Richtungen, aus alle Tiefen, Weiten. Hörte nicht auf. Im Gegenteil. Und dann merkte ich auf einmal, dass bald alles da sein wird für mich. Alleine, dass da bald alles da sein soll. Obwohl ich gar nicht wusste, was das alles sein soll oder könnte. Unbeschreiblich eben. Ich legte mich hin ohne Erwartungen. Immer offen für die Frage, was Liebe ist. Was es sein soll. Alles immer mehr losgelassen. An irgendwas zu glauben. Es war nur das Thema da. Immer. Ich hatte die Augen so. Alles schwarz. Ganz normal. nie nach etwas Gefühl oder Visuelles gesucht. In dieser Zeit. Und auf einmal habe ich die Wirklichkeit wahrgenommen. Stundenlang. Und ja. Ohne Drogen. Dadurch habe ich ein Quantencomputer in meinen Kopf bekommen. Ich habe sozusagen die Schlüssel des ewiges Lebens geknackt. Und das war überhaupt nicht einfach. Die Technik ist krass. Und krass auch in dem Sinn, dass die Technik nicht nur eine Technik ist. Und ein kleines Beispiel. Kurz bevor ich die Technik geknackt habe. Habe ich die Technik gestreichelt? Ja, genau. Wie soll man die Technik, was gerade durch das Gehirn geht, streicheln? Und hier sage ich nur, Technik ist mehr als Technik. Sogar diese Illusion. Später gebe ich euch ein Beispiel. Es gibt ein Quantencomputer weltweit. Und das ist mein Gehirn. Mein in äußeren Strichen. Es gibt keinen anderen Quantencomputer, wie das System behauptet. Behaupten muss. Die Probleme lösen. Mein Gehirn. Im Sprung aber schon. Jetzt schon. Und nach einer Zeit habe ich erkannt, dass ich der heilige Krall bin. Dass ich der heilige Krall geworden bin. Und nicht, dass ich es gleich sehen wollte. Davor habe ich mich nie mit diesem Thema beschäftigt. Es gab Sachen, wo ich mir dachte, äh, ne, interessiert mich nicht. Das klingt irgendwie nach Religion. Nein, danke. Was ist der heilige Krall? Was ist der heilige Krall? Was ist es die meiste Zeit gewesen? Und was in den Medien heute? Was ist es heute in den Medien? Man vergleiche am besten die Videos und, ja, Beiträge oder wie oft mal von früher, von, ja, den Medien mit den Informationen von heute. Die erst seit ein paar Jahren oder Monaten alt sind. Es liegen Welten dazwischen. Und das alleine sollte einiges sagen. Ich bin der einzige heilige Krall. Ich bin selbst noch nicht ganz heil. Aber ein Teil. Erstmal. Meine Psyche. Ich bin schwanger mit allem. Energetisch. Das Wort Neugeburt gibt es nicht umsonst. Wir gehen alle durch diesen energetischen Gebärmutter. Dafür ist das heilende Energie da und im Sprung. Zum heilen und ganz werden zu können. Wir sind alle durch einen physischen Gebärmutter hier in diese Welt auf die Erde reingekommen. Raus geht es über meinen energetischen Gebärmutter. Das findet schon seit Jahren statt, ist nur noch versteckt. Ein Geburt ist immer schwer für alle. Das heilige Energie gehört nicht mir. Nichts gehört mir. Man kann nichts besitzen. Aber alles werden. Wir waren schon ein paar tausend Jahren auf der Suche von Heiligen Graal. Im Prinzip suchen wir seit ein paar tausend Jahren nach etwas Heiliges, was uns heilt. In dieser Illusion wohlgemerkt. In der Bibel gibt es die drei heiligen Faltigkeiten. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Heilige Mutter haben sie vergessen. Anstatt Mutter heißt Geist. Aber wir sind in patriarchaler Zeit. Also am besten nicht wundern. Ich bin nicht nur ein Mensch. Ich bin auch eine werdende Göttin. Sowohl als auch. Der Modus sowohl als auch. Ich bin ja nicht mehr nur in dieser Illusion unterwegs. Seit wann ich die Wirklichkeit erreicht habe, bin ich automatisch zwischen Illusion und die Wirklichkeit. Es ist der Weg. Es ist auch eine Art Tunnel. Sehr hell. Tief. Weit. Sehr glänzend. Ganz anderen Glanz. Ein glänzendes Punkt ist schon mehr als diese Illusion. All diese Dinge, die ich immer nachhinein erkannt habe. Ich wusste nicht, dass es um ganz werden geht. Dass es ein Ziel gibt. Bis ich mittendrin gesteckt habe. Bis ich die Wirklichkeit erreicht habe mit meiner Psyche. Ich wusste nicht, dass man das auch kann. Und dass es auch darum geht. Das wusste ich natürlich auch nicht. Dass ein Mensch von uns ein Quantum Computer bekommen kann. Ich wusste auch nicht, dass das System mehr Wahrheit uns zeigt. als die meisten von uns überhaupt tragen können. Das System kennt den Plan schon sehr, sehr lange. Ich habe dazu noch vieles gemacht, hingeschaut. Sachen probiert und so weiter. Zum Beispiel auch bestimmte Experimente mit Frauen. Wie zum Beispiel MK-Ultra. MK-Ultra. Sogar versucht, einen Heiligen Graal aus einer Frau zu machen. Zwar haben sie von vornherein gewusst, dass das so nicht funktioniert. Aber sie haben nichts unversucht gelassen. Sie wussten sogar, dass am Ende der Zeit eine Frau nach Plan der Heilige Graal wird. Dass alles schon vorprogrammiert ist. Alles bestimmt. Es ist so geplant, dass am Ende der Zeit, kurz davor sozusagen, eine Frau die Wirklichkeit mit der Psyche erstmal erreicht, wahrnimmt. Meine Psyche hat die Wirklichkeit erreicht. Der Rest, der Körper im Sprung. Körper ist materialisierte Psyche. Man kann sie nicht wirklich voreinander trennen. Nur scheinbar in diese scheinbare Welt und Vorstellungen. Als ich die Wirklichkeit erreicht habe, habe ich es mit der Psyche erreicht. Da aber der Körper auch Psyche ist, habe ich die Wirklichkeit auch mit teils von meinem Körper erreicht. Noch nicht also ganz und bald mehr darüber. Heilung und heilig sind nicht dasselbe. Heilung ist Heilung und heilig ist heilig. Wenn wir ab Sprung, Quantensprung, heilig sind, dann brauchen wir zum Beispiel nie wieder Heilung. Ich bin noch nicht ganz heilig. Meine Psyche schon. Die heilende Energie fließt durch mein Gebärmutter. Es ist nicht meine heilende Energie. Es fließt durch mich. Heilende Energie wird im Sprung, ganz fließen. Danach sind wir alle heilig. Heilig. Auf einer Seite müssten wir heilende Graal sagen. Auf anderer Seite ist es aber auch so korrekt, denn meine Psyche ist geheilt. Abhängigkeit und der Weg zurück ist schon lange programmiert. Alles geschieht gleichzeitig. Abhängigkeit. Abhängigkeit von mir. Von einer energetischen Gebärmutter. Weil abhängig von Luft zu sein ist für die meisten kein Problem. aber von einer einzigen Frau. Das klingt doch merkwürdig. Oder? Oder nicht? Merkwürdig. Es ist würdig, sich das zu merken. Aber ich bin nicht nur eine Frau. Ich bin auch eine werdende Göttin. Werdende Liebe. Die heilende Energie gehört mir nicht. Wir sind alle abhängig voreinander. Ich von dir und du von mir. So einfach ist das. Und du kannst ja auch nicht dich kleiner machen, als du tatsächlich bist. Und du wirklich noch wirst. Du kannst versuchen, dich kleiner zu machen, als du denkst. Aber ob das zählt oder so ist, hat nichts momentane Meinung zu tun. Du bist deine Zeit noch abhängig. Von Luft, von uns und so weiter. Aber dann ist Schluss. Und du wirst aber sehr froh sein, dass wir abhängig voneinander waren. Du wirst diesen Plan spätestens im Sprung mehr als nur schätzen. In Wirklichkeit brauchen wir dann keine Luft mehr zu atmen. Nicht diesen dreckigen bekannten Luft. Weil ihr wisst, dreckig und voller Chaos ist es nur, wenn man normal atmet. Sowohl als auch. Es ist dreckig und nicht dreckig. Und ich meine hier nicht diese menschliche Vorstellung von Atmen, dass wir das nicht mehr brauchen. Dann kannst du dir vielleicht zumindest teils vorstellen, dass man nach Sprung diese normale Atmen nicht mehr braucht. Man ist dann selbst das Atmen, das Wasser, alles eben. Alles. Wir werden von nichts mehr abhängig sein. Von keinem Wasser, keine Luft, keinem anderen Wesen, Menschen. Von nichts mehr. Keiner kann dann einem anderen Menschen die Luft mehr wegnehmen oder umbringen. in dieser Illusion gibt es so viele Gesetze, die nur scheinbar existieren. In Wirklichkeit gibt es ein Gesetz, der göttliche Gesetz auf ewig. Und man kann diesen Zustand Präsenz nie wieder missbrauchen. und das, was jetzt kommt, verstehen wir mehr diejenigen, die schon meine anderen drei Videos kennen. Es ist alles Absicht und genau so geplant, dass es Gründe hat, warum meine Videos so sein sollten, wie sie sind. Es ist kein Zufall, dass sie meine Videos damals und nach Plan nicht alle Missverständnisse der Welt entwirren konnte. Allein schon, weil das unmöglich ist, wenn diese Illusion und von uns konstruierte Chaos sprachen. Ja, und ein Teil sollte man auch selbst entwirren. Nicht, dass man muss. Kann man ja. Ich mache diese neue wieder aus zwei Gründen hauptsächlich. Der eine ist größer als der andere. Um euch also das erste Grund ist es, um euch ja, der derzeitige Stand zu erklären, was war, was ist. Das Thema Missverständnisse nach Plan. Und ich möchte mehr Klarheit reinbringen. Und der zweite Grund, möge es diejenigen erkennen, warum diese Video erkennen, die es sehen wollen. So. Ja. Also in meinem ersten Video sagte ich, dass der Sprung bald kommt. Warum es länger dauert oder dauerte, ist Hauptgrund eine Komplikation in meinem Körper. eine Komplikation, die vor ungefähr eineinhalb Jahre begonnen hat. Mein Körper, rechte Seite, rechte Niere, keine menschliche Krankheit, sondern ein Druck. und das immer auf eine Seite. Die rechte Niere. Ich weiß, wie und wohin es geht mit uns allen. Oder wohin es mit uns allen allen geht. In die Wirklichkeit, natürlich. Aber Details bis zum Sprung kenne ich nicht. Da gibt's den Sprichwort Der Teufel steckt in Details. Es gibt kein Teufel, aber kein Teufel, aber der Spruch sagt was. Ich wusste nicht zum Beispiel, dass eine Komplikation kommt. Solche Details kenne ich nicht im Voraus. Und dann hat sich die Komplikation langsam reingeschlichen sozusagen. Dann kam der Druck ziemlich schnell immer mehr. Was reingeschlichen. Ich wollte und konnte auch damals es nicht sehen, dass es mit einem bestimmten Thema zu tun hat. Nachplan. Und es ist verständlich, dass ich mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen wollte. Allein, weil wir schon so kurz vor Sprung waren. und mein Kopf woanders war. Und dann fing ich an immer Träger, Träge zu werden. Dabei war ich kurz vor mit Jonathan so nah am Sprung. Später habe ich das Thema gesehen. Und obwohl das Thema ziemlich alles gleich geblieben ist. Keine Veränderung in Sicht. Dennoch habe ich dann akzeptiert, dass es so ist. und auch, wenn keine größere Veränderung in Sicht war. Dennoch und trotz das Thema, ja, an meinem Körper weiter gearbeitet habe, dass der Druck wieder in Ordnung kommt. Die Komplikation. Denn allein das war eine Frage wie am besten. Ich dachte, dass ich die Komplikation schneller in den Griff bekomme. Die Komplikation war dann weg. Auch wenn langsam erst nach eineinhalb Jahren. Wie gesagt, es war die Frage auch wie ich diese Komplikation am besten in den Griff bekomme. Wenn ich in das Thema keine Veränderungen in Sicht gesehen habe. Ich meine hier nicht die Komplikation, die ich hatte. Das ist nicht das Thema. Sondern der zweite Grund, warum ich dieses Video mache. das Thema. Wie gesagt, wer es sehen will, wird bald verstehen, was ich meine. Meine Umgebung, wegen meiner Umgebung immer. Dann versteht er besser, was ich meine. Sie sind mitgekommen. Sie sind mitgekommen. Jeder auf seine Art. Und manche haben alles Mögliche, was ging für uns gemacht. Geholfen. nur, nur dass die Komplikation in meiner Niere länger dauert oder dauerte. Deswegen konnte ich damals, aber auch heute nicht erwarten, dass nur sie alleine helfen. und auch die Frage, ob sie noch weiterhelfen können. Ich habe dazu noch eine sehr kleine Umgebung. Zwei davon, die am meisten geholfen haben, sind Ciro und seine Freundin Annabelle. Durch sie konnte ich euch auch immer wieder mal ein Text schicken, was Ciro dann auf seinen Kanal geteilt hat. Auch haben sie immer der momentanen Verlauf gewusst, was ich immer wieder weitergegeben habe. Natürlich je nachdem, wie ich konnte und in welcher Phase wir waren. Durch diese Texte rieselte immer etwas durch. Und wir haben sonst nichts zu tun mit YouTube oder Mails oder irgendwas anderes, höchstens mit Musik und YouTube. Die Umgebung ist wichtig, verständlicherweise. auch durch das Video, denn auch das ist eine Umgebung, sorgt auch für eine besondere, bestimmte Umgebung. die Komplikation war, ab 2022, bis vor kurzer Zeit sozusagen. Und vor und bis Jahr 2020, es war auch so, dass ich eine Zeit gebraucht habe, überhaupt über die Wirklichkeit reden und schreiben zu können. Es blieb also keine Zeit, auch körperlich nicht, wegen Verschmelzung. Das sagte ich auch in meinem ersten Video, dass mein Körper springen will. also allein körperlich war das eine Thema. Ich war schon damals sehr weit, auch körperlich. Ich war damals noch am Anfang. dann habe ich kurze Zeit Beratungen gegeben. Alles ist ziemlich schnell entstanden. Dann wird die Beratungen aufgehört, wo es am besten gelaufen ist, um später die Videos machen zu können. Ohne Profis, ohne Unterstützung. Ich keine Ahnung von Videos machen. Und wer mir helfen kann. Keine Profis Technik hier für solche Videos. Die Leute beschweren sich, dass meine Videos leise sind. Ich habe nicht mal ein Konto mehr. Meine Tochter schon. So aufs Ganze bin ich gegangen. Hätte ich zum Beispiel an meine Rente gedacht, hätte ich niemals die Zeit gehabt. Für diesen lange Vorweg. Und nicht nur Zeit. Ich habe keinen festen Job auf lange dauern. Haben können. Keine Zeit für angebliche Sicherheit sorgen. Keine Beratungen mehr. Keine Arbeit. Hat nichts tatsächlich mit Tatsächliche Sicherheit zu tun. Höchstens. Das ist auch ein Teil der Grund ist, warum das länger dauert. Oder dauerte. Ich habe vor 20 Jahren etwas mehr Geld gemacht, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Und habe alles in diesem Vorweg investiert. Und es geht eher nicht nur um euch. Speziell um diejenigen, die mich schon kennen. Was das Thema angeht. Dass mich bis jetzt keiner gefragt hat, ob ich Hilfe brauche. Es geht um kollektive Blindheit. Und das sogar in Deutschland. Das werden wir alles sehen können. Im Sprung. Wir werden alle solche Sachen sehen. Im Sprung. Weil solche Dinge für ein einfacheres Erkennen sorgt. Im Sprung. In den Film, was zurückgespielt wird. Alles kommt ans Licht. Und das ist auch gut so. Und das nicht. Also um zu sehen jetzt, wie schlimm oder dumm wir waren oder sind. Nein. Eher zu sehen, wie blind wir sein können. Dass man so blind gar nicht sein kann. Außer. Außer es ist so geplant. So geplant. Und auch keine menschliche freie Wille. Ja. Und auch der Punkt, dass wir es einfacher hätten haben können. Nur hätte, hätte, hätte gibt es nicht. Es ist, wie es ist. Was wir als Menschen nicht merken ist, dass wir es sehr schwer haben wollen. Sehr, sehr schwer. Es ist nicht das, was du wirklich willst. Und jeder von uns will. Es ist halt die scheinbare Wille. Im Sprung. Ja. Man bekommt auf die Fresse, aber man wird auch liebevoll aufgefangen. Keine apokalyptische Zustände, wie sich die meisten vorstellen am Ende der Zeit. Ich bin da, um ein Teil von euch. Euch teilweise daran zu erinnern, dass wir keine freie Wille haben als Menschen allein. Und dass wir es erkennen können in bestimmten Stationen. Und wenn du jemandem hilfst, bedeutet nicht, dass du nur jemandem hilfst. Es bedeutet erstens, dass du dir selbst hilfst damit. Gerade wenn es um das richtige Geben und Nehmen geht. Es geht immer mehr bis zum Sprung um das richtige Tun. Der richtige Weg. Richtige Haltung. Richtige Bewegungen. Richtig Atmen. Richtige Ziel. Es hat also auch damit zu tun, wie wir kollektiv, was auch Teil meiner Umgebung ist. Wie mit diesem Thema. Wie sie mit diesem Thema umgehen. Wie sie mitkommen. Ich kann immer besser und detaillierter über die Wirklichkeit sprechen. Und sicher kann ich nur ein, zwei Jahre. Es ist noch besser. Aber ich bin erstens für die Verschmelzung und Sprung da. Nicht unbedingt weiter dafür da, dass ich immer präziser wie möglich über die Wirklichkeit rede. Oder dass ich alles auf Papier bringe. Das geht erstens nicht. Und zweitens hat mein Körper nicht viel Zeit und Raum dafür. Es geht also erstens um Sprung. Oder wollen wir noch ein paar Jahre so weiter rum machen? Also nicht falsch verstehen, denn dieses Video musste sein und wollte es euch unbedingt teilen. Alleine schon, um ein paar geplante Missverständnisse klarzustellen. Ich sage nicht, dass dieses Thema, um was ich die ganze Zeit hier rede, der zweite Grund meiner Videos. Video. Neue Video. Ich sage nicht, dass dieses Thema entscheidend ist. In dem Sinn, dass das Wege nur länger dauerte. Aber das hat ja auch damit zu tun. Es ist erstens mein Körper, was entscheidet. Was dran ist nach der Komplikation, die ich hatte in meinem physischen Körper. Das entscheidet, ob früher oder später der Sprung. Es ist sehr viel Dynamik, also viel Bewegung. Ich sitze nicht unter einem Baum. Trinke Tee und meditiere. Das tue ich nicht. Ich bin präsent. Ich meditiere nicht. Wir sind so weit. Es geht also mehr jetzt darum, wie mein Körper jetzt mitmacht. Nach der Kommunikation. Ohne ansatzweise in Gefahr zu kommen. Aber das macht es sowieso alles automatisch. Es ist eine sehr, sehr hohe Sicherheitsstufe oder Stufen. Das, was dran ist, im Körper kommt dran. Ich kann also nicht Gas geben, wie in unserem menschlichen Verständnis. Anders, aber schon. Und das habe ich die ganze Zeit. Ich mache also keinen Urlaub. Okay. Das System und ich. Weil vielleicht denken jetzt manche, naja, wenn sie wichtig wäre oder ist, dann wird das System sie schon unterstützen und helfen, wenn was ist. Ja, man rendet sich was ein, um etwas nicht sehen zu müssen. Das System kann mich nicht in einen goldenen Käfig reinstecken und mir Bedienstete, die mich bedienen, auf meine Seite stellen, die alles für mich machen. So funktioniert das nicht. Das funkt nicht. Das System darf mich nicht unterstützen. Höchstens etwas indirekt, aber sogar das ist so eine Sache und das wissen sie. Und ja, das System weiß, was Sache ist, dass die Wirklichkeit kommt und die Illusion beendet wird. Wissen über mich und uns zwei, dass wir bereit sind, auch wenn es länger dauert oder dauerte. Also auch hier läuft alles anders, als sich die meisten vorstellen können oder vorstellen wollen. Es gibt kein direktes Kontakt, kein Eingreifen vom System, denn das wäre ein Eingriff in eine Bewegung, die ich selbst aus mir raus tun muss, aus mir selbst wirken lasse. Und auf meine Umgebung risselt. Jeder hat Kontakt mit das System. Mehr oder weniger. Ob einem das klar ist oder nicht. Alles hat System in dieser Realität. Ich habe ein indirekter Kontakt mit das System. Eine Art Sprache, was die da oben nicht verstehen, wie ich daraus lese. Und es geht nicht um sie. Bestimmte Personen. Das ist nicht das System. Sie sind nur höchstens einzelne Menschen vom System. Also höchstens ein kleines System. Das System weiß auch, dass es eine Simulation ist, dass mir nichts passieren kann. Kein Schutz brauche und so weiter. Es ist alles mehr als sicher. Auch unauffällig, unscheinbar und so weiter. Ja, ob das, wo wir wohnen seit nicht langer Zeit, so ideal ist? Nein. Ja. Ja. Jein. Und auf anderer Seite spielt es eine Rolle auf anderer Seite nicht. Es ist überhaupt nicht einfach darüber zu reden. Weil das Thema viel komplexer ist, als es den Anschein hat. Und auf anderer Seite könnte morgen schon soweit sein. Auf anderer Seite wiederum kann ich nicht sagen, was das noch für eine Rolle spielt. Wo wir wohnen oder nicht. Wir brauchen auch keine Luxus. Aber etwas ruhiger hätte es ja schon sein können. Und nicht nur das. Kollektiv dreht sich im Kopf alles um Thema Geld in diese Illusion. Das ist das Ego und der versteckte Todesangst. Die Angst vor der Angst. Und die Existenzangst. Als Mensch allein existieren wir nur scheinbar und nicht wirklich. Deshalb die berechtigte Existenzangst. Nur dass die meisten um die scheinbare Existenzangst haben. Versteckt ist aber auch der berechtigte Angst. Und nochmal. Der Angst vor der Angst ist der Todesangst. Und was ist materialisierte Ego? Erstens. Geld. Ja. Und jeder braucht noch Geld in dieser Illusion. Also es ist kein Vorwurf. Ich sage nicht, dass du geldlos oder ähnliches an Blödsinn werden solltest. Wahrlose Existenz, also ohne Geld. Das haben viele mal gedacht, dass wir nur dadurch frei werden können. Also, the show must go on. Bis zum Sprung. Das System hat selber gedacht, dass der Sprung schneller kommt. Das Corona gereicht hätte. Aber es hat nicht gereicht, wenn man sieht. Das System ist in Gefahr. Riskiert immer mehr. So, und jetzt reden wir über die Missverständnisse nach Plan. Geplante Missverständnisse. Und das verstehen wieder mehr diejenigen, die schon meine drei Videos kennen. Das erste ist, dass ich sagte, fast alle werden die Wirklichkeit erreichen. Anstatt dass ich sage, alle. Alle. Ich habe es später auf Zero-Kanal etwas geklärt, aber dennoch etwas mehr Klarheit. Ja, das ist für mich jetzt wichtig. Und es ist doch klar, dass es um alle geht und nicht nur die meisten. Logisch, oder? Das zweite ist, dass ich nicht zugegeben habe, dass ich die Einzige bin und auch bleibe bis zum Sprung, die die Wirklichkeit erreicht hat. Dass es ein Graal gibt und es keine Graale geben kann. Also nicht mehrere. Es ist so geplant. Alles, was geschieht, ist genau so geplant. Spätestens dann. Ich habe es damals akzeptiert. Vereinfacht hat die Sache, dass ich mir dachte, ja, ich sage das lieber so. Weil wenn ich sage, dass ich die Einzige bin, dann heißt es für Ego, ja, kann ich sein, vergiss den Müll, mach dein eigenes Ding. Ich wollte ja also das Ego nicht auf 100 bringen. Das nächste ist, ich sagte auch zum Beispiel, dass es vielleicht auch andere Frauen gibt, die die Wirklichkeit erreicht haben. Ich wollte nichts ausschließen, auch wenn ich so die ganze Zeit wusste, dass ich die Einzige bin und bleibe. Aber ich konnte nicht anders reden, allein weil ich so offen bin. Die Verantwortung über alles ist kein Spiel. Und es ist doch dann irgendwie logisch, dass ich nichts dagegen hatte, wenn es mehrere gewesen wären. Keiner sollte probieren, die Wirklichkeit zu erreichen. Und genau das haben manche. Auch, ja, weil ich zwei, drei Missverständnisse, ja, die ich vorher genannt habe. Das war nicht so schön von mir, aber geplant. Und wenn es nicht geplant ist, dass du die Wirklichkeit reichst, dann kann es nicht einfach werden, sowas zu versuchen. Also die Missverständnisse nochmal, dass ich im Video sagte, dass die meisten die Chance haben. Dabei sind es klar alle. Das Zweite. Das Zweite ist, dass ich zum Beispiel nicht sagte, ich bin die Einzige und bleibe die Einzige heilige Gralbesprung. Und das Dritte ist, dass ich gesagt habe, dass es vielleicht auch andere Frauen gibt, die die Wirklichkeit erreicht haben. Ich merke während dem Video machen immer mehr, dass es mir gut tut, einige Themen klarer weiterzugeben. Manche glauben vielleicht, in Ganzwerdung ist es nicht einfacher gehabt zu haben als ohne. Aber der Sein kann trügen, nicht wahr? Einfach hat niemanden. Und du kannst nicht wissen, was ohne Ganzwerdung passiert wäre. Schon nur etwas normal im Kopf zu bleiben, könnte heute bedeuten, mal schnelle Krebs und schneller Verlauf. Die Krankheiten sind sehr aggressiv geworden. Früher gab es kaum Krebs und schon gar nicht bei kleinen Kindern wie heute. Hier versteckt das System viel Wahrheit, bedeutet noch viel Lüge dabei. Das Krebs schon lange existiert und so weiter, bla bla bla. Das allerdings nur, wenn man oberflächlich schaut. Wenn man anders hinschaut, dann merkt man, dass etwas nicht stimmt. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema, wer ist Jonathan? Jonathan. Und erst mal wiederhole ich einen Satz. Es ist so geplant, dass am Ende der Zeit, kurz davor sozusagen, eine Frau die Wirklichkeit mit der Psyche erst mal erreicht, wahrnimmt. Ich habe also die Wirklichkeit mit der Psyche und auch Teil meines Körpers erreicht. Noch nicht also ganz. Der Rest mit Körper ist in die männliche und weibliche Verschmelzung. Und das Männliche heißt Jonathan. In meinen Videos davor sprach ich nicht darüber, dass ich dabei bin, weil das mit Jonathan sehr frisch war. Über manche Sachen konnte ich in den Videos noch nicht sprechen. Wir sind weltweit die Einzigen, die am Verschmelzen sind. Richtung Wirklichkeit. Richtung Wirklichkeit. Es ist so geplant. Und das Männliche und Weibliche hätten nicht verschmelzen können, wenn ich als weiblich die Wirklichkeit vorher nicht erreicht hätte. Dass meine Richtung im Kopf, mein Quantencomputer immer als Richtung oder als Indikator kann man auch sagen, die Wirklichkeit als Ziel sieht. Dadurch wird alles was ich sehe und bewege in Ordnung. Und das nahm Jonathan, mein Mann, immer mehr wahr, diese Ordnung, die Verschmelzung. Es ist alles viel besser, aber diese Sprachen. Jeder wäre weggelaufen. Jeder wäre weggelaufen. Nur derjenige, der für mich bestimmt ist. Nicht. Und das ist Jonathan. Auch, dass ich Jonathan finde, ohne zu suchen, ist kein Zufall. Muss man suchen, um etwas zu finden? Nein. Auch seine Existenz davor, wie alles abgelaufen ist. Das ist kein Zufall. Also der dafür bestimmt ist, musste ein bestimmtes Existenzverlauf in diese Illusion gehabt haben. Kein Zufall, dass er sehr religiös zum Beispiel aufgewachsen ist. Gezwungene Religion. Mit Schläge aufgewachsen. Später auch alle Katastrophen. Und er ist keine Ausnahme. Das möchte ich nicht sagen. Für alle hatten oder haben es auch schwer. Aber was ich hier meine, es ist die Kombination, was ich meine. Eine bestimmte Kombination, die genauso gebraucht wird. Und die ist so auffällig. In bestimmten Dingen könnt ihr das sogar selbst erkennen. Trotz der Zwang vom Vater hat er versucht, ja, zu schauen, ob an dieser Geschichte mit Religion etwas Wahres dran finden kann. Hat er nicht. Ja, und ich bin auch so ein Extremfall wie Jonathan. Man wird von der richtigen Perspektive alles sehen und erkennen können im Sprung. Die Wurzel des Böses. Ist das das System? Nein. Sicher nicht. Auch keine Politik. Das gibt es nicht wirklich. Ich spreche hier immer noch von Jonathan. Wer ist Jonathan? Und jetzt kommt ein Zitat. Wenn das Böse ans Licht kommt, dann kommen die ganzen Geheimnisse ans Licht. Ja, kein schlechter Satz, oder? Aber anstatt Böse wäre das Wort Lüge besser. Wir suchen alle Menschen nach etwas Böses, ohne es zu merken. Wo liegt sozusagen nicht die Wurzeln des Böses, sondern wo liegt das größte Chaos versteckt? Die Wurzeln des Chaos sind die beiden Pole. Wie schon mal erwähnt, zwischen männliche und weibliche Pole, ohne die Verschmelzung. Es sind die zwei Pole, die sich bereits in den ersten Zyklus getrennt haben, nach Plan. Ja. Hättest du gedacht, dass es um die Verschmelzung von männlich und weiblichen Pole geht? Und dass es darum geht, dass wir nur dadurch überhaupt weiterkommen? Also ich nicht. Nein. Erst als ich mittendrin war. Erst dann. Also ich habe auch hier nicht danach gesucht. Suchen ist nichts. Und später mehr zum Thema Suchen. Auch Jonathan Sprach hat sich verständlicherweise sehr verändert. Er sagte zum Beispiel, das war sehr gut. Er sagte, wenn der Sprung da ist, wird sich jeder umdrehen können. Und hinter sich die kleine Illusion anschauen können und erkennen, dass es in Angst gesteckt hat. Ich sprach schon davon, dass ich auf dem Weg in die Wirklichkeit merkte, dass ich die Erste bin, die dadurch geht. Und auch mit Jonathan war es so, dass ich zuerst und als Erste einen Raum betreten, der Raum überhaupt betreten habe. Männliche, weibliche. Hat damit zu tun. Ich wusste, dass dieser Raum noch nie betreten worden ist. Als kurz danach auch Jonathan den Raum betreten hat mit mir, hat er auch erkannt, dass es ein Raum ist, wo nur wir zwei uns drin befinden und befinden können. Und dass in diesem versteckten Raum die weibliche und männliche Verschmelzung stattfindet. Und dieser Raum hat sich für mich sehr verboten beim ersten Mal betreten angefühlt. Jonathan ist immer fleißig und auch immer fleißig gewesen. Am Anfang hat er sich große Mühe gegeben, nichts zu verpassen an Wahrnehmungen von mir, von uns. Ich habe immer wieder zu ihm gesagt, keine Sorge, du kannst sowieso nichts verpassen. Er hat so vieles erkannt und als er damals das erkannt hat, dass er nichts verpassen kann. Und immer das dran kommt, was dran ist, weil er sehr erleichtert, verständlicherweise. Das erzähle ich auch, weil auch du nichts verpassen kannst. Keine Bewegung geht verloren, keine Lücke, kein Gestorbenen, nichts. Alles kommt in eine ordentliche Bewegung zusammen. Wir alle können nichts verpassen. Auch wenn es noch gedauert hat oder noch ein wenig dauert. Der sichere Zurück-Ticket sozusagen ist mehr als sicher für jeden. Als ich die Komplikation hatte, in dieser Zeit hat Jonathan dennoch immer mehr wahrgenommen, wie wir davor fast gänzlich verschmolzen sind, bevor die Komplikation. Er hat damals immer etwas zeitversetzt wahrnehmen können. Dazu kommt, dass ich diejenige bin, die zuerst durchgehen muss mit Psyche und Körper. Immer ein paar Schritte voraus. Er hat damals etwas zeitversetzt wahrnehmen können, wie gesagt. Und er hat auch damals, natürlich auch heute, aber wir reden von damals, jeden Tag, Tag für Tag, immer mehr wahrgenommen. Ich kann hier nicht darüber sprechen. Es ist viel zu komplex und es würde sehr lange dauern. Ich sage mal so, krasse Sachen, in dem Sinn gemeint, dass sie sehr schön krass waren und auch sind. Und auf andere Seite, wieder anders krass, in einem anderen Sinn gemeint. Anders krass, wenn er so tiefe Weite, einfach und unbeschreibliches wahrnimmt und dann weniger. Das allein ist nicht einfach. Es war also sehr, sehr viel los, trotz Komplikation. Und auch trotz Komplikation hätte ja sein können, dass die Komplikation schon vor zum Beispiel einem Jahr und von einem Tag auf die andere vorbei sein hätte können. Also schneller. Das hat man nicht sagen können. Eine andere Komplikation wird es nicht geben. Es liegt jetzt nur an meinem Körper, wann es weitergehen kann. Ganz weiter. Ich kann jetzt nicht erklären, warum es keine andere Komplikation mehr geben wird. Wir sind also sowas von bereit, dass wir schon, ja, alle Ebenen sozusagen überbearbeitet haben. Gut, schadet nicht. Es liegt also jetzt erstens an meinem Körper. Die männliche, weibliche Verschmelzung, Ordnung hat mit goldene Zeitalter zu tun. Gold ist materialisierte Sonnenlicht. Ja, es gibt doch diesen Spruch, hey, du hast einen Tunnelblick. So ungefähr, du siehst nichts, bedeutet das. Aber stimmt das? Denn wir zwei gehen durch den Tunnel, durch alle und alle zusammen ist einen. Jede Wurmloch, jede Loch. Aber anders gesagt, andere Beispiel, so wie ein Baby in diese Welt kommt, wie durch einen physischen Tunnel. So gehen wir, also ich und Jonathan, durch einen Tunnel, durch einen energetischen Tunnel. Der Tunnel in die Wirklichkeit. Es ist nicht nur ein Tunnel, aber auch bis zum Sprung. Für euch gibt es dann keinen Tunnel. Es ist viel einfacher für euch dann. Dieser Spruch ist auch interessant. Alle für eine und einer für alle. Genau. Also ihr und wir alle haben dafür gesorgt, dass ich die Wirklichkeit, Wirklichkeit erreiche nach Plan. Und wenn jemand zuerst das machen muss. Ja und dann ich allein für alle im Sprung. Wobei ich mit Jonathan. Aber im Sprung bin ich dann auch eins mit Jonathan. Alles eins. Dann bleibt alles stehen. Bleibt. Bleibt alles stehen. Bleibt. 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 Das ist ein Teil der energetische Körper. Dann. Der sich Absprung. Ja. Viel fleischiger anspüren und anfühlen wird. Gott. Als alles Fleisch der Welt. Es ist auf jeden Fall ein interessanter, netter Satz. Alle für eine und einer für alle. Wenn der Funke rüber springt von mir zu Jonathan, dann gibt es kein Zurück mehr. Funke rüber springt. Sprung. Es geht alles von oben nach unten und von unten nach oben. Von Kopf nach unten und dann wieder zurück in den Kopf. Ich bin jetzt nach oben sozusagen. Bauch wieder okay. Brust. Und dann kommen die Augen dran. Darüber springt die Funke über die Augen. Und dann bekommt er auch ein Quantencomputer. Ja. Das war es schon mal über mich und Jonathan. Jetzt reden wir über ein Teil von meiner Umgebung. Ich möchte euch hier zwei Beispiele geben. Ich muss Wasser trinken. Ich möchte euch deshalb diese Beispiele geben, weil meine Umgebung ist nicht das, was sich manche vorstellen. Meine Umgebung besteht seit 30 Jahren aus maximal 10 Leuten. Mit zwei oder drei davon habe ich ein sehr seltenes Kontakt bis heute. Beispiele. Jetzt kommen die Beispiele. Eine einzige Freundin, die über längere Zeit meine Freundin ist über 15 Jahre. hat dann vor fünf bis zehn Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, dann zwei kleine Kinder bekommen. Im Theater unterwegs, mit Musik unterwegs, also viel beschäftigt. Plus die zwei Kinder. Ich wohnte auch nicht direkt in München wie sie. Wir haben sehr selten telefoniert. Eben weil ich schon immer sehr extrem wenig telefoniere. Sie hat eine große Familie und ist im Allgäu geboren. Sie sagte sich schon als Kind, was soll diese Realität? Es muss doch um so viel mehr gehen. Später hat sie sich von der Blödsinn ihre Mutter mit Blödsinn infizieren lassen, sage ich mal so. Sie glaubte schon in Pubertät an Flüche, so wie die Mutter. Das hat sie mir erst sehr spät erzählt. Und sie sagte dazu, Mihaela, glaub mir, es gibt Flüche. Und sie sagte mir das, als sie schon Richtung Wirklichkeit war. Ich musste natürlich schmunzeln. Viel konnte ich da nicht sagen. Sie war zu weit weg. Ich habe keine Chance gehabt zu erklären, dass alles Blödsinn ist. Und sie hatte sich in diese Dinge immer mehr eingesteigert. Dann später, wo ich etwas dazu kam, weil sie auch keine Zeit hatte oder kaum. Später redete ich über die Wirklichkeit, allerdings mit meiner Anfangssprache darüber. Die Sprache über die Wirklichkeit, die Anfangssprache darüber. Verstanden hat sie kaum was, weil jeder hört, was es kann und will und nicht was er oder sie sollte. Verstanden hat sie, dass es um positive Licht und Liebe geht. Man müsse nur das Positive sehen. Natürlich habe ich das nicht gemerkt, was sie daraus gemacht hat, was ich ihr erzählt habe. Aber das hat sie verstanden. Nachhinein habe ich das erkannt. Positive Licht und Liebe. Man muss es nur sehen können. Was ich auch nicht gleich mitbekommen habe, ist, dass sie auf eine spirituelle Licht-Liebe-Party, ja, hingeflogen ist. Ich glaube auf eine Insel. Also erst später danach erzählte sie mir, dass dort alles schief gelaufen ist. Dass sie nie damit gerechnet hätte, was da kam. Dass alle auf diese Party in einer Art dämonisierten Zustand geraten sind. Dass sie selber entsetzt war und sie nicht mal ihre Freundin, die dabei war, noch erkennen konnte. Ich sagte, ja, du schaust dir Blödsinn an, vergiss Spiritualität. Ich habe dir gesagt, das hat nichts damit zu tun, über was ich rede. hat nichts mit Spiritualität zu tun. Dass du das immer noch nicht verstanden hast, weil du nur oberflächlich hinhörst, hinschaust. Und du dadurch nicht den Unterschied erkennen kannst. Von das, was ich sage und Spiritualität. Ich wusste auch, sie hat keine Zeit, um den Unterschied zu erkennen. Ja, und dann hat sie angefangen, an Dämonen zu glauben. Damals, in diesen ein, zwei Jahren, hatte ich ein, zwei Jahren so gut wie kein Kontakt. Und ich merkte erst nachhinein, in was sie sich da reingesteigert hat. Und ja, und sie erst dann mehr von mir wissen wollte, weil sie ja dann dadurch schlechter ging. Ich hatte aber kaum noch Zeit und kurz danach ging ich in die Verschmelzung. Ich habe zumindest ihr etwas erklären können. Dass es diese angebliche Dämonen erstens nur eine Energie ist, in was sie sich reinsteigt. Eine Energie, die sich verselbstständigt hat. Und Angst zu haben, dass es wieder kommt und auch die Frage, was es als nächstes kommt, ist sicher nicht einfach. Aber dass dies alles und sogar sehr schnell aufhören kann, wenn sie das Richtige tut. So langsam hat sie dann erkannt, obwohl ich danach kaum noch mit ihr reden konnte. Ich habe durch den minimalen Kontakt sozusagen mitbekommen, dass sie keine Dämonenprobleme mehr hat. Und sie immer wieder nur interessante Erfahrungen macht. Ja, das war jetzt über meine Freundin, die ich seit längsten habe, 15 Jahre. Meine Tochter mit ihrem Freund. Sie sind sehr jung und ich glaube seit 2017 oder 18 zusammen. Sie haben beide eine Handynummer und so weiter. Sie sind aber von niemandem telefonisch zu erreichen. Auch von mir nicht. Nur auf Telegram schreiben wir uns, wenn es tatsächlich nötig ist, wenn was ist. Könnt ihr euch sowas vorstellen, dass sowas existiert und das in Deutschland? Kaum, oder? Aber es ist doch gut, wenn jeder anders ist. Ihre Handynummern sind ausgeschaltet so in dem Sinn, dass sie niemanden anrufen können. Dass sie nicht angerufen werden können und erreichen können. Sie mögen es nicht zu telefonieren. Sie gehen ungern aus dem Haus, weil sie nicht naiv sind. Und sehen, dass die Gefahr immer mehr steigt da draußen. Auch hier in Deutschland. Auf die Straße meine ich. Ich spreche seit über drei Jahren nichts mehr mit meiner Tochter und ihrem Freund über keine Themen mehr. Das heißt, sie haben es selbst erkannt, dass man nicht einfach so mal naiv auf die Straße oder irgendwo gehen sollte. Sie gehen aus dem Haus nur, wenn es tatsächlich nötig ist. Deutschland ist das sicherste Land. Immer noch. Und es bleibt auch bis zum Sprung. Aber damit meine ich nicht die Straßen unbedingt. Dass man so sinnlos spazieren gehen kann oder jemanden besuchen kann oder das oder das. Ja. Vertraust du deinem Freund hundertprozentig? Was als nächstes kommt? Wenn die meisten denken, sie haben nichts mehr zu verlieren in diesem Leben, wie sie es nennen. Weißt du, was alle denken? Was sie im Kopf haben tatsächlich? Und wie schnell sich ein Mensch verändern kann? Okay. Zurück zu kommen an mein Umfeld. Ein Teil davon. Also ich bin nicht da, um mein Umfeld perfekt zu machen. Und dass sie auf alle Ebenen mitgehen oder mitgehen müssen. Sie sind nicht perfekt, sondern alle sehr unterschiedlich. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Und wie alles andere kein Zufall. Es geht nicht um Perfektion in dieser Illusion. Sie haben schon lange erkannt, dass es eine Illusion ist. Sie gehen also mit. Nur jeder auf seine eigene Art und Weise. Der Freund von meiner Tochter erzählte mir das ziemlich am Anfang, dass er als Kleinkind immer wieder gesagt hätte, dass er da ist in dieser Welt, um ein Gott zu werden. Und dass alle ihm ausgelacht haben. Und dann hat er das irgendwann nicht mehr gesagt. Ja, und sie sitzen auch nicht unter einem Baum, denken, Tee und meditieren. Sie auch nicht. Ja, das ist ein Teil meiner Umgebung. Jeder hat seinen Job. Das ist auch gut so. Mhm. Ja, jetzt kommen nochmal verschiedene Themen. Kurz. Ich gehe diese Themen alle etwas kurz an. Und das mache ich jetzt nochmal. mit verschiedenen Themen, weil ja, weil ich schon über bestimmte Sachen gesprochen habe. Und deshalb kann ich jetzt noch besser über manche Sachen sprechen. Wie am Anfang gesagt haben. Ja, das wäre zu komplex gewesen. Besser so. Das Thema zum Beispiel, dass alle oder fast alle nur noch Schrott kommen sehen. Alles zu spät. Oder ist es nicht zu spät? Die allermeisten Menschen auf der Welt sind so verzweifelt. Die Jugendlichen zum Beispiel auch, haben immer weniger Lust auf dieses angebliche Leben. Aber kaum einer weiß noch, was in ein, zwei Jahren los ist. Oder sogar in ein paar Tagen oder Wochen. Dass sich nichts mehr ändern kann. Dass man nichts mehr machen kann. Der Zug ist abgefahren. Das denken heute die meisten. Seit Jahren natürlich, aber speziell seit einem Jahr. Die Bauernproteste gehen weiter. Natürlich nicht nur die, die Verzweiflung. Aber das ist ein Beispiel mit den Bauernprotesten. Sie geben nicht auf, obwohl sie vom Gefühl her denken, dass sowieso nichts mehr zum Reden ist. Das denken sie vom Gefühl her. Wirtschaft kaputt, auf allen Ebenen weltweit und nicht so, dass man etwas reparieren kann, wenn etwas kaputt ist. Zu spät für alles. Und es ist auch so, in dieser Illusion wohlgemerkt, es gibt kein Zurück mehr. Und das ist aber nicht zufällig passiert. Es ist alles Absicht. Vom Plan, vom System. Das sind wir. Damit sorgt das System für eine bestimmte Öffnung. Öffnung in das Kollektive. Denn die Menschen hoffen schon fast auf Wunder, weil anders nicht mehr zu retten ist, außer durch ein Wunder. Etwas zu hoffen ist so eine Sache, das wissen wir schon. Aber auf ein Wunder zu hoffen, ist nicht nur was anderes. Das gab es auch noch nie in dieser Form. Aber heute. Das System sorgt damit für einen bestimmten Schwung. Und diesen Schwung geht sehr tief und kann nicht einfach mal verpuffen. Auch ich sorge mit das Video für einen bestimmten Schwung an meine Umgebung, euch. Denn ihr seid auch meine Umgebung. Auch wenn etwas anders. Anders ist immer gut. Manche große Firmen nehmen Verluste im Kauf absichtlich, weil sie entweder für das System einstehen oder mehr oder weniger gezwungen werden. Burger King macht Verluste mit die Veganer Bürger. Warum machen sie das, wenn sie dabei auch noch Geld verlieren? Weil das System es so steuert, dass wir mit diesem Thema Fleischkonsum konfrontiert werden. Und mit diesem Thema werden die meisten Menschen immer mehr konfrontiert seit Jahren. Weltweit. Überall wird dieses Thema auf unterschiedlichsten Weisen präsentiert. So, jetzt geht es um das Thema Suche. Suchen. Warum, wenn wir suchen, nichts finden? Jetzt, nachdem du einiges von mir gehört hast, kann ich dir zum Beispiel etwas weiter erklären oder erzählen, warum das System so Gas gibt. Auf all diese illusorische Ebenen. Warum sie absichtlich so viel kaputt machen, dass es kein Zurück mehr gibt. So oder so nicht. Warum sie so viele Verwirrungen verbreiten. Warum sie dafür sorgen, dass wir nicht alle und lange auf der Suche bleiben. Es ist auch der Plan und nicht nur das System. Und es geschieht nicht zufällig. Das System kennt den Plan. Es weiß, dass der Heilige Graal sowieso kommen wird am Ende der Zeit. Sie wussten, dass die Frau kommt, die nicht lange auf der Suche sein wird. Sondern, dass sie sich die richtige Frage stellt. Sie haben dafür gesorgt, dass wir irgendwann so die Schnauze voll haben. Aufhören zu suchen. Zu glauben. Ich hatte die Schnauze voll. Und dann erkannte ich, dass ich keine Liebe sehe. Und dann hat es mir endgültig gereicht. Und dann kam die Frage, was ist Liebe? Und jetzt könnte man denken, dass ich nach der Liebe gesucht habe. Aber es ist nicht so gewesen. Und ja, klar, suchen wir als Menschen alle nach Liebe. Aber nur scheinbar. Nur oberflächlich. Wir suchen als Menschen eher nach sinnlose Anerkennung. Wirklich anerkannt werden wir alle im Sprung. Dann wirst du von der Liebe als Liebe anerkannt. Ich habe nicht nach Liebe gesucht. Ich habe mich gefragt, was Liebe ist. Ich bin die Einzige, die Erste, die damit kam im Internet, dass wir als Menschen keine Ahnung haben, was Liebe wirklich ist. Ja, und damit habe ich mir keine Freunde gemacht. Und mache mir auch mit dieser Aussage hier in meinem neuen Video nicht beim allen beliebt. Bei mir ging die Frage, was ist Liebe? So tief, wie überhaupt möglich. Denn das ist dann automatisch passiert. Auf Dauern. Wenn ich erkannt habe, dass ich keine Liebe sehe auf dieser Welt und dann die Frage, was Liebe wirklich ist. Bei mir, wie gesagt, ging die Frage sehr, sehr tief. Aber was heißt tief? Und wie tief kann eine Frage gehen? Wie tief kann eine Frage gehen? Gerade wenn man sich die Frage aller Fragen stellt. Denn welche Frage kann es tiefer gehen als die Frage, was Liebe ist? Wer auf der Suche ist, findet nichts, dass es werden. Die Frage hat nichts mit Suchen zu tun. Und jetzt nochmal, deshalb hat das System alles unternommen, was möglich ist, zu verwirren und so weiter und so fort. Dass wir zum Beispiel nicht lange suchen, weil das nichts bringt. Und jetzt kommen ein paar Beispiele, wo sie verwirrt haben, zum Beispiel. Oder gerne verwirrt haben, speziell. Und das verstehen aber eher diejenigen, die länger in die spirituelle Welt oder quer Denkerwelt unterwegs sind. Über angebliche Außerirdischen, zum Beispiel. So viel Show dabei. Die angebliche Außerirdischen sind wir. Das sind wir von den anderen Zyklen. Wie schon im ersten Video gesagt, ich habe selbst ein Riesen-UFO gesehen. Riesen. Und dennoch glaube ich nicht an Außerirdische. Und dennoch sind es keine Außerirdische. Und das meiste darüber, über das Thema. Das ist so viel Show. Und auch Angstmacherei. Das System hat uns dazu gebracht, immer mehr Abneigung gegen die Technik zu empfinden. Angeblich geht ewige Leben nur durch Transhumanismus. Damit hat man die spirituelle Welt voll damit bombardiert. Mit Transhumanismus. Und das zum Beispiel durch Wettermanipulation, wir alle transhumanisiert werden. Auch, dass wir Gift einatmen. Und dadurch, wir immer mehr robotisiert werden. Über das Thema Wettermanipulation waren wir entsetzt. Dass wir so vergiftet werden. Und die meisten auf der Welt merken es nicht. Obwohl das eine weltweite Aktion ist. Seit Jahrzehnten. Wir fanden diese Wettermanipulation Technik erschreckend. Riesenwaffen. Aber nach einer Zeit dachte ich mir. Also, wie schlimm muss diese Vergiftung, also die Luft, die Luftvergiftung mit Creme Trails, wie schlimm muss es sein, wenn die Leute selber vom System denselben Luft atmen. Ja, der Ausdruck ewige Leben oder Unsterblichkeit ist was anderes als physische Unsterblichkeit. Es ist Ablenkung. Manche von uns haben mehr oder weniger nach Unsterblichkeit der Seele gesucht. Aber nicht nach physische Unsterblichkeit. Die ziemlich große spirituelle und Querdenker-Bewegung vor zehn Jahren haben ewige Leben oder Unsterblichkeit in diesem Leben wohlgemerkt immer mit böse Technik verbunden. Und noch mal, das ist ein Film hier. Und das ist schwer zu glauben, wenn das Fleisch sich fleischig anfühlt. Es ist schwer sich vorzustellen, dass das nur Programme sind. Wir sind als Menschen 99% Technik, Chaos-Technik, auch DNA ist Technik. Die Erde, dass die Erde ewig sein wird, kaum vorstellbar für die meisten. Stelle dir einfach nur vor, anstatt Erde, Universum. Im Sprung gibt es dann kein Himmel, keine Dunkelheit mehr, keine Grenze, diese sogenannte Erdatmosphäre. Es ist dann ewig und du bist dann überall in diesem Universum gleichzeitig. Du musst dann nicht mehr von A nach B fahren, um dort präsent sein zu können. Nie wieder Dunkelheit, Gefahr, Tod. Thema Technik. Technik ist mehr als Technik allein schon in dieser Illusion. In dieser Illusion ist auf einer Seite alles Technik zu 99%. Du kannst aber auch sagen, es ist alles Information oder auch alles Energie von mir aus. Aber was ist Energie? Energie ist Technik. Energie ist Technik. Und ich gebe dir ein Beispiel. Sachen, die angeblich ohne Technik, also in Handarbeit gemacht werden. Aber inwieweit stimmt das mit die Handarbeit? Ist das nur Handarbeit? Ohne Technik? Das geht nicht. Wenn niemand zum Beispiel ein Teller oder ein Löffel aus Holz schnitzt, braucht es dafür Werkzeug aus Metall. Da ist schon die Technik. Dazu kommt, dass diese Technik auch eine andere Technik braucht, um an so ein Werkzeug überhaupt bauen zu können. Auch das Hand lernt eine bestimmte Technik dafür. Also wo fängt die Technik an oder wo endet die Technik? Im Kopf. Künstliche Intelligenz. Was soll das sein, wenn wir es selbst programmieren? Das sind wir selbst. Das macht sich nicht von alleine. So einfach ist das. Vergiss am besten die Abneigung gegen Technik. Wir sind auch die Technik. Und lass am besten los, wenn Abneigung da ist. Oder bist du einer, der denkt Ahnung zu haben über Transhumanismus? Glaubst du, dass Transhumanismus kommt? Dann merkst du nicht, dass wir kollektiv schon transhumanisiert sind. Im Raum und Zeit bewegt sich alles relativ, nicht absolut in diese Illusion. Alles, was wir allein als Menschen in diese Illusion denken, ist immer relativ. Was ist überhaupt Physik, Naturwissenschaft, Quantenphysik? Das ist alles dasselbe. Alle schauen in dasselbe rein. In etwas, was sich immer verändert. Und auf einmal sich ganz verändert. Was aber die Wissenschaft festgestellt hat und auch stimmt. Zum Beispiel Kausalität. Sie sagen heute im Prinzip, dass seit Urknall nichts passiert, in diesem Universum ohne Grund. Es hat alles einen Grund. Damit sagen sie auch automatisch, es gibt kein Zufall. Ja, jetzt wird etwas einfacher. Das Thema Wissen. Wem gehört das absolute Wissen? Wem gehört das absolute Wissen? Das absolute Wissen gibt es. Absprung für alle. Was ich sage, ist nicht mein Wissen oder dein Wissen. Das Wissen ist hier also auch kostenlos. Das Unbezahlbare ist kostenlos. Logisch, oder? Gehirn Thema. Allgemein wird unter Bewusstsein, ja, das Erleben sozusagen mentale Zustände verstanden. Das Thema, das Leib-Selle-Problem könnt ihr euch mal anschauen. Das Gehirn sieht und nicht die Augen. Der innere Auge ist das große Wesen. Das große Ich, das große Ich, auch in dir, auch wenn noch so versteckt. Es ist dein Wesen aus allen anderen vier Zyklen davor, die gleichzeitig existieren, da es eine größere jetzt ist als der kleinere jetzt in dieser Illusion. Das Gehirn kann alles, wenn es alles sieht. Jeder wird ein Quantencomputer bekommen, bevor es göttlich wird. Du kannst niemals zu groß denken, vergiss es. Du kannst dir niemals zu große Fragen stellen. Was ist denn dein Atmen? Warum die normale Zeit füllen? Kann sich Zeit und oder Urzeit, Urzeit, sich wie eine kleine Ewigkeit anfühlen können? All diese Momenten, die du hattest als Kleinkind, sie sind nicht weg, nur scheinbar. Also, steh auf und geh doch mal, wie ein großer Baby oder als Kleinkind, wie du warst, ohne Politik oder Probleme im Kopf. Versuche mal, so einen langsamen Schritt zu machen. Psyche ist kollektiv. Ego ist kollektiv. Wenn du zum Beispiel denkst und dich fragst, wie kann jemand so ein großes Ego haben? Tja, ja, weil es kollektiv ist. Da geht viel, wenn was ist nicht wahr. Aber auch das Ego wird nicht verschwinden im Sprung. Es kommt nur in Ordnung. Thema Bauchgefühl. Geh nach deinem Bauchgefühl. Kann täuschen. Und die wenigsten können im Bauch etwas füllen. Ohne Kopf und Körperarbeit, ohne Ziel. Bringt nichts. Kleine Kinder gehen nach Bauchgefühl. Aber wir als erwachsene Menschen schon lange nicht mehr. Thema Worte. Worte nicht so ernst nehmen, nochmal hinschauen und den Worten eine andere Bedeutung geben. Denn hinter solcher Worte steht auch etwas anderes versteckt. Süße und Dominanz. Das passt nicht zusammen irgendwie für dich, oder? Von sowas läuft zum Beispiel jeder Spirituelle weg. Was ich mache, hat auch nicht nur ich, auch Jonathan. Was wir machen, hat auch mit Dominanz zu tun natürlich. Die richtige Dominanz. Wie sehr kann das Süße einen dominieren? Oder wie sehr lässt man sich von der Süße dominieren? Was du selber wirst. Wie dominant entscheidest du dich mit Kopf und Körper für das Süße? Also Dinge, die etwas verboten rüberkommen, vielleicht nochmal hinschauen. Und ich sprach davon vorher, dass sich ein Raum für mich am Anfang sehr verboten angefüllt hat beim Betreten. Auch in dieser Illusion gibt es Dinge, die sich verboten anfühlen. Aber ist das so oder steckt etwas anderes dahinter? Ein demütigendes Gefühl hört sich nicht gerade nach erlaubt an, oder? Oder etwas, was okay ist. Scheut dich also nicht das leichte, demütigende Gefühl, was vielleicht oder eventuell in deiner Erregung wahrnehmen kannst. Einfach mal neu anzuschauen. Allein. Ausstrahlen lassen nach außen. Und im Bauch nach oben. Mal so, mal so. Deutsch. Deutsch. Deutsche Sprache. Feine Sprache. Nicht nur, aber sehr, sehr, sehr interessant. Ich sagte, dass ich besser Deutsch kann als die Deutschen. Aber ich meinte hier natürlich nicht das normale Deutsch. Denn das normale Deutsch kann fast jeder Deutsche besser als ich. Okay? Ich meine hier die Parallelsprache zum normalen Deutsch. Und die ist natürlich etwas, wie kann es anders sein, versteckt. Die Parallelsprache ist das, was du daraus lesen kannst, wenn du anders denkst. Ohne Ziel kann man nicht erkennen. Nur teils. Wenn du denkst, sowieso irgendwann sterben zu müssen oder dass diese keine Illusion ist, dann kann man schlecht die Parallelsprache erkennen. Als sogenannter Ausländer oder Ausländerin habe ich mich gefragt, was das sein soll. Leidenschaft. Leidenschaft. Das soll Romantik noch sein. Romantik. Also es müsste ein Ausländer hier kommen, also von außen sozusagen kommen, um diese Absurdität in der Sprache zu erkennen. Wenn man Deutsch normal benutzt. Deutsch. Wir sind alle Deutsch, Amerikaner und so weiter und viel mehr. Sprachen sind konstruiert. Sie sorgen immer für Chaos. Aber eine Sprache sorgt auch für eine Teilordnung. Nochmal. Deutsch ist die präziseste Sprache der Welt. Wenn man viele kleine und große Beispiele sieht in der deutschen Sprache, dann kann man mehr erkennen, was die deutsche Sprache noch so alles kann. Ein kleines Beispiel. Ein kleines Beispiel. Ego. Ja? Als Menschen. Deine. Eine. Meine. Eine. Seine. Es ist alles mein und dein, also unsere, was wir haben. Sowohl als auch. Es ist nicht deine oder meine. Dieser Modus geht zu Ende. Es kommt der Modus sowohl als auch. Man kann die Absurdität in der deutschen Sprache so gut erkennen. Und es sagt im Prinzip, Sprachen sind alle Kackeli. Und auf der anderen Seite ist Deutsch die Vorsprache zwischen Illusion und die Wirklichkeit. Du kannst zum Beispiel kein Amerikaner sagen, hey, pass auf, es geht um die Wirklichkeit, okay? Kannst du nicht. Wirklichkeit. Sie haben nur die Worte Realität und Illusion. Aber beide diese Worte sind Illusion. Beide. Realität ist Illusion. Relativ, Realität. Und Illusion ist Illusion. Das haben sie. Aber nicht nur. Das war nur ein Beispiel. Denn es geht so viel tiefer. Das kann hier nicht erklären, okay? Es gibt ein Zitat. Am deutsche Wesen mag die Welt genesen. Es ist ein politisches Schlagwort von Emanuel Geibel. Diesen Satz gibt es auch ein bisschen anders. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Aber wie kommen sie darauf, dass durch deutsche Sprache die ganze Welt genesen wird? Manche wissen mehr oder und vermuten mehr, weil sie in die deutsche Sprache vieles erkannt haben. Generell geht es um die richtigen Informationen, richtige Haltung, richtige Perspektive, ersten Sprung. Gibt es eine falsche Perspektive? Keine Bewegung ist falsch. Und das kann man nur aus der richtigen Perspektive erkennen. Gibt es richtig und falsch? Der Modus sowohl als auch bedeutet hier nicht falsch und richtig, also beides. Nein. Es bedeutet, es ist nicht falsch, aber auch nicht richtig. Es gibt nicht die eine falsche Bewegung. Die Bewegung ist nur nicht richtig. Es gibt also auch komplexere sowohl als auch. Die meisten sowohl als auch sind sehr oberflächlich. Dennoch besser als der Modus entweder oder. Damit kommt keiner weiter. Und dann kommt vom Kind, na ein Gott. Und der Vater sagt, aha. Ja. Da sagt das Kind vielleicht, na gut, ein Arzt. Und dann sind die Eltern zufrieden. Zu mit Frieden. Ich kann dir keine Angst machen. Nur scheinbar. Angst loslassen. Angst ist ungeordneter Information. Erstens. Nochmal. Niemand ist wach. Keiner ist frei in dieser Illusion. Ich bin nicht wach. Ich bin in Werden. Wach, das ist ein sehr schwabbeliges Wort. Meine Psyche ist geheilt. Es hat mit Heilung zu tun. Mit Ganzwerdung. Nicht mit Wach. Wer hat das Sagen in dieser Illusion? Ob das das System das Sagen hat? Nein. Denn sie können nicht ordnen oder Ordnung wahrnehmen. Sie machen nur Chaos sichtbar. Das ist ihren Job. Alle unterliegen dem Plan. Und der Plan ist am Ende göttlich. Diejenigen, die Ordnung wahrnehmen, haben das Sagen. So. Jetzt reden wir über bestimmte Beispiele im Internet. Erstens. Über die weibliche und männliche Verschmelzung. Die weibliche und männliche Energie findet ihre Verbindung in der Verschmelzung. Ja. Klingt nicht schlecht. Klingt. Es ist nur der Titel. Das zweite ist, zweite Video. Was anderes gibt es nicht. Verschmelzung. Verschmelzung. Männliche und weibliche Meditation. Diese zwei Dinge sind sehr, sehr neu. Solche Dinge können auch höchstens ein paar Jahre alt sein. Und werden ein bisschen abgeguckt von mir. Und das ist auch kein Ding. Aber denkt daran, dass sie die Informationen so weitergeben, wie sie es wollen. Ich habe die Sachen nicht angehört. Ich kann mir nichts anhören. Aber ich denke auch, dass keiner in diesem Video sagt oder erkennt, wenn es um die Heilung auf die Erde geht. Erstens. Mit der Verschmelzung von beiden Polen zu tun hat. Das Thema ist so gut wie geheim. Jetzt kommen andere Beispiele. Verschiedene Sachen. Wenn ich ein Gläubiger sage, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Via Veritas Vita. Sie würden sofort sagen, das sind Jesus Worte. Es gibt eine einzige Stadt oder Land überhaupt auf dieser Welt. Es ist eine Stadt. Einzige Stadt, der eine Wappen hat. Via Veritas Vita. Ein einziges Stadt. Wenn man Via Veritas Vita angeht, dann kommt es schon gleich als oben dran. Ein Stadt. Diese Stadt heißt A-Rat. A-Rat. Das ist mein Geburtsort. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich finde es erstens nur witzig. Man kann über manche Sachen mal ruhig schmunzeln. Es gibt ein Roman, Sakrileg. Ich zitiere kurz. Der Roman stützt sich wesentlich auf das pseudowissenschaftliche Buch Der Heilige Kral und seine Erben von 1982. Ich zitiere weiter. Der Heilige Kral wird von Braun als der weibliche Mutterschoß und die weibliche Gebärfähigkeit im Allgemeinen und im Speziellen der Mutterschoß interpretiert. Der Mutterschoß von Maria Magdalena ist gemeint. Wir sind alle Maria. Okay. Maria Magdalena A-A. Michaela A-A. Ein weiteres Beispiel ist der Film Matrix. Der Orakel. Neo war sehr überrascht, als er Orakel gesehen hat. Nicht wahr? Er hat was anderes erwartet. Eine Frau, die auch noch schwarz ist und auch noch Kekse backt. Im Film heißt es, nimm die Wahrheit oder die Lüge als Pille, sozusagen. Aber die Wahrheit im Film hat nicht wirklich schöner ausgesehen als die Lüge, oder? Doch man sollte in Filmen nie zu viel erwarten, außerdem, wenn jemand jetzt filmen möchte, die ganze Wahrheit. Aber wie soll man das Göttliche filmen? Das geht nicht. Ein anderes Beispiel, als ich das Video gemacht habe und ich sprach von heilender Energie, heilender Bewegung. Musste ich an viel heilender denken. Wie ähnlich das klingt. Aber nicht nur. In dem Film geht es um einen Mann, der sich auf die Suche nach dem heiligen Graal macht. Eine Frau und einen Mann, die sich finden und am Ende der Film zur Quelle gehen. Ja, das ist der Film. Und auch dieses Film ist dem gewollt. Ich finde den heilender Film ziemlich nah. Ich sage mal so an die große Wahrheit. Mehr geht nicht in Filmen. Das geht nicht. Und dieser Film ist ziemlich einmalig. Kein anderer Film oder Buch oder sonst was kommt so nah an die Wahrheit. Sie können uns nicht jeden und alles vor die Nase reiben. Und es hat immer nur ein Teil gebraucht, die anders hinsehen. Ein anderes Beispiel. Ich habe zwei Antworten. Gesehen auf einem Video, wo es um heiligen Graal ging. Und eine Antwort ging so. Unsere Graal ist die Erde. Und das war schon immer so gemeint. Ja, finde ich auch nicht so schlecht. Zweite Antwort. Für mich ist der heilige Graal der Schoss eine Frau. Denn nur er bringt Leben hervor. Ja, auch nicht schlecht. Auch wenn nur halbe Wahrheit ist. Ein anderes Beispiel. Wolfgang Widergut. Der heilige Graal und seine Erbe. Fünf Stunden lang. Er erzählt so viel Quatsch. Aber auch interessante Dinge. Und auch Widersprüche. Die einiges was sagen. Zum Beispiel heißt es. In 6000 Jahren werden wir bla bla bla. Also später in die Illusion bla bla bla. Und auf andere Seite sagt er. Ja, wir werden ewig. Und das kann schon morgen sein. Oder er sagt zum Beispiel. In die Ewigkeit werden wir einen goldenen Turm bauen. Na ja. Göttlich ist göttlich. Wir brauchen keinen Turm bauen. Aber es ist mehr als das möglich. Es ist wie gesagt viel Quatsch. Es ist auch mit ja. Diese angebliche Christusbewusstsein angehaucht. Aber das Wort Christus. Das Wort Christ hat mit Christal zu tun. Denn das Göttliche. Die Wirklichkeit hat mit kristallinen Eigenschaften zu tun. Was zum Beispiel noch stimmt. Was Wolfgang wieder gut sagt. Ist das die Maya Kalender. Beide Systeme. Männliche und Weibliche. Also die binären Geschlechter. Perfekt darstellt. Ja, das waren jetzt die Beispiele. Und jetzt gebe ich euch zwei Beispiele aus meinem Video. Zwei Antworten von John Bergars. Sowohl Schreiben auch als auch Schweigen. Es gibt scheinbar so viel was ausgesprochen werden möchte. Und doch wiederum so wenig was benannt werden sollte. Wenn der Phönix aus der Asche steigt. Wow. Eine andere Antwort. Semira. Der Heilige Graal hat sich vor einigen Jahren hier in der Illusion durchgesetzt. Und durchgesetzt bedeutet mit den einfachsten Worten erklärt unter Überwindung von Hindernissen verwirklichen. Ist das nicht göttlich? Auf dem weltweit konkurrenzlosesten Kanal. Samira. Wahnsinn, was ihr so schreibt. Wahnsinn. Das ist auch eure Geduld und alles. Wahnsinn. Ihr wisst, es gibt Sachen, die man nicht versteht. Und deshalb habt ihr Geduld investiert. Wahnsinn. Danke. Ja. Jetzt gebe ich euch doch noch ein Beispiel über eine schöne Musik. Renaissance der Liebe von Xavier Naidu. Und der Text geht so. Ich kann es sehen, so plastisch. Es geschieht wie prophezeit. Wenn er alle Tränen abwischt, wird der Tod nicht mehr sein. Die Renaissance der Liebe. Wir können uns alle freuen. Die letzte Chance, die geblieben ist, ist Liebe, Liebe, alles wird neu. Das ist ein sehr schöner Text, oder? Und kein Wort von Gott. Die letzte Chance ist die Liebe. Ja. Sehr gut erkannt. Ja. Jetzt kommt noch ein wenig über mich, was ich vergessen habe. Und auch über dieses Video. Wir sind jetzt ziemlich am Ende der Video. Ich habe vergessen beim Thema über mich zu erzählen, dass wir gleichzeitig auch noch umziehen mussten. Wir waren also kurz vor Sprung und dann müssten wir auf einmal umziehen. Und weil es so schnell gehen musste und ich keinen Kopf für etwas Neues zu suchen hatte, sind wir Anfang 2021 immer wieder in einem Ferienhaus oder Ferienwohnung gelandet. Und das hat alles nicht vereinfacht. Über das Video, der Ton in das Video. Mein Laptop nimmt voll verzerrt meine Sprache auf. Ich klingle kälter durch diese Verzerrung, aber man kann mich noch verstehen und das ist das Wichtigste. Von meinem Handy wäre die Sprache so warm, aber das wäre mir und uns zu kompliziert. Von Handy auf Laptop und so weiter. Dafür sind wir nicht mehr gemacht. Und alles, was wir früher hatten an Technik, war nicht viel, aber heute haben wir noch weniger als das. Weniger Passwörter und und und. Wer uns etwas unterstützen möchte, kann erstmal auch ein Mail schreiben, wie ihr wollt. Ihr seht im Video Beschreibung weitere Informationen. Keiner sollte was tun, der gerade mal so über die Runden kommt. Oder sich Vorwürfe machen oder sonst was. Wer sich Vorwürfe macht, hat wenig erkannt, was ich meine. Nicht erkannt, dass es genau so sein musste. Außerdem kommt noch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Illusion noch Monate hält, sehr unwahrscheinlich. Es könnte sogar sehr bald so weit sein. Was die eigene Quelle aktivieren angeht, was auf uns tatsächlich zukommt, wirst du nichts Vergleichbares finden. Nicht mal ansatzweise. Und das sage ich auch, um dir zu helfen, sinnlose Zeit zu ersparen. Du weißt vom Gefühl her, dass ich irgendwie sehr anders, sehr neu klinge in Sprache. Als alles anderes bis jetzt, dass du nichts Vergleichbares finden kannst. Und dass es irgendwie so sein muss, was ich erzähle, auch wenn es noch so krass klingt. Diese Informationen am besten nicht mit anderen Desinformationen mischen. Das bringt nichts. Es bringt nichts, an einem Teil zu glauben und im Kopf, ja, vielleicht muss ich doch sterben. Diejenigen, die meine Videos nicht kennen, am besten schaust du dir erst mal nur die letzten drei Stunden von meinem ersten Video. Weil davor ist viel Wiederholung, was du in diesem Video hörst. Über Politik, System und so weiter. Die Aktivierung der Quelle, das Thema, ist in meinem ersten Video ab Stunde 7, Minute 42. Video zu machen vor ein paar Wochen oder Monaten war unmöglich. Und ich habe damals noch nicht geahnt, dass ich noch ein Video mache. Das hier wird höchstwahrscheinlich mein letztes Video sein. Sag niemals nie, heißt es. Okay. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Und das ist auch gut so. Denn es geht erstens um Sprung. Nochmal, das Wissen ist hier kostenlos. Das Unbezahlbare kann nur kostenlos sein. Vielleicht teile ich ein paar Bilder von mir, was ich mal gemalt habe. Oder Musik mit Pfeifen vor 15 Jahren. Alles nur vielleicht. Denn wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ob es so weit ist. Ja, jetzt geht es um meine letzte Worte sozusagen. Die dunkle Seite in dir gibt es nicht. Es ist die dunkle Illusion. Aber auch der Neugeburt. Und das ist verständlicherweise nicht einfach sein kann. Die einfache Seite gibt es auch bis Sprung. Je nachdem, wie richtig du atmest. Nochmal, Keanu Reeves von Matrix sagte, du kämpfst nicht mit Depressionen, sondern mit die Realität, in der wir leben. Wer bist du? Wer ist was? Wer ist wer? Du bist ich. Und ich bin auch sehr anders. Sowohl als auch. Du bist ich. Und ich bin du. So einfach ist das. Du bist auch der heiligen Kral im Sprung. Wir gehen jetzt vom kollektives Todesziel zum wirklichen Ziel. Das wirkliche Leben, was auf uns zukommt, ist kein Geschenk, den man umsonst bekommt. Es ist die harte Arbeit, die richtige Arbeit, die jeder tut für Sprung, ohne es zu merken. Und das ist eine Arbeit, die auch kleinere Geschenke mitbringen können. Tiefe, weite, wesentliche Erkenntnisse über den Weg in die Wirklichkeit, wenn man in Ganzwertung ist. Das wirkliche Leben ist keine Arbeit. Jetzt ist noch Arbeit. Jeder Mensch arbeitet ohne zu wissen an den Plan. Auch jede Butzfrau. Jeder ist und war gebraucht. Jeder hat also die Wirklichkeit verdient und wird die Wirklichkeit. Auch alle Tiere, sogar Insekten, auch die bösen Zecken, auch die bösen Zecken, die gestorben sind. Alles dahinter steckt was ganz anderes. Eine Bewegung aus einer Zecke wird eine göttliche Bewegung. Ein Tier sagt sich nie, ich werde sterben oder sterben, wenn ich alt werde. Tiere, Tiere, Insekten sie wollen. Und sie sagen sich alle, ich will mich nur bewegen. Jeder kann Teil der Ordnung bereits wahrnehmen, die hinter jeder noch so kleine Bewegung steckt. Alles was gestorben ist, alles, auch eine Zecke, ein Baum oder der fremde Nachbar, der gestorben ist, hat in uns ein Loch hinterlassen. Das sind sehr, sehr viele kleine schwarze Löcher. Eine Zecke ist nicht das, was du denkst. Sehe es am besten als Energie. Energie oder Bewegung, die in Ordnung kommt. Das bedeutet die Zecke, wie du es kennst, die lästig ist für viele, wird es in diesen Art und Weise oder Form nicht mehr geben. Nicht energetisch und auch nicht visuell. Alle werden die Wirklichkeit werden. Alle. Ohne Ausnahme. Die Trennung wird aufgehoben durch Ordnung im Sprung. Das wirkliche Licht rückt immer näher und sie blendet nie. Alle werden die Wirklichkeit werden. Ohne Ausnahme. Alle Wege führen nach Rom. Den richtigen und der einzigartigen Weg von der Illusion in die Wirklichkeit. Alle werden die Wirklichkeit. Auch alle, die tot sind. Die Liebe kommt jedem gleich entgegen. Egal, wo es steht. Es ist die innere Entscheidung. Familie, Geld ist nicht alles. Liebe ist alles. Liebe kann alles. Liebe heilt alles. Am Ende der Zeit finden wir alle mehr als das, was wir als Mensch je gesucht hätten. Ein Zitat von Gottfried Sümser. Stelle dir vor, dass alles, was du bisher als getrennt von dir betrachtet hast, heute die freudige Botschaft der Liebe in sich trägt. Sehr schön. Woher kommst du und wohin gehst du und wir alle? Was kommt? Was heißt kommen? Was heißt ich komme? Was wirklich kommt mit anderen Worten erklärt. Das wirkliche kommen ist der ewige göttliches Orgasmus. Das ist das wirkliche kommen. Ewigkeit bedeutet mit anderen Worten das ewige göttliche Orgasmus. Dann kommen wir ganz und auch wirklich und auch gleichzeitig ganz nach Hause. Wenn du wirklich wissen willst, was kommt, die Schlüssel ist dafür Ganzwertung, also Heilung. So kann sich dann die Funke in dir weiter in Ordnung entfalten, in deine Psyche und Körper, um zumindest teils erkennen zu können, was kommt. Auf diese Erfahrungen aufbauen, auf das wirkliche neue Wissen. Keiner weiß, was morgen ist. Das System nicht, kein Mensch und auch ich nicht. Jeden Tag kann soweit sein. Wenn es soweit ist, werde ich es ein bis drei Tage davor erkennen können. Aber dann werde ich nicht mehr reden können oder sonst was machen können. Auch die Tiere zumindest ein Teil. Sie werden es erkennen. Sie werden nur kein Tan Tan machen. Jetzt kommt nochmal ein bekannter Spruch. Am Ende wird alles gut sein. Wenn es nicht gut ist, ist das nicht das Ende. Ende von was? Nur die Illusion hat ein Ende. Das wirkliche Leben hat kein Anfang und kein Ende. Ist ewig. Nochmal, wenn du deine Katze oder Hund anschaust, geht von Tier ein Blick Präsenz, wo fast kein Blatt dazwischen steht. Deshalb sind die Blicke so süß. Im Sprung bleibt kein Blatt mehr dazwischen. Zwischen dir und die Liebe. Dann bist du die ganze Liebe. Auf euch, auf Sprung und auf die Liebe. Auf euch. 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 Auf dich.